Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte, aber wisst ihr was? Sie aufsieht. Wie geht's dir, Alter? Ich sehe dich immer schön eingeölt, Alter, schön. Ist nicht Öl, Bro. Denken Leute auch, dass Öl ist nicht Öl. Ist halt leichter Schweißfilm, ne? Mexiko, Luftfeuchtigkeit, diesmal. Machst du nicht so Kokosöl oder so drauf? Nein. Soll auch gesund sein. Oder Aloe Vera ist sehr, sehr gut. Habe ich im Urlaub die ganze Zeit benutzt. Ich habe halt so eine nice, ich habe doch alles ausgetauscht, ne? Ich habe jetzt vor zwei Monaten, habe ich alle meine Shampoos, alle meine Duschgels, alle Sachen, die ich so benutze, Bodylotions und so, alles weggeschmissen. Ich benutze nichts mehr, was in so Mainstream-Tuben drin ist, was irgendwie von Industrie mit Chemie gemacht ist und so, weißt du? Was benutzt du da? Also womit wäschst du? Ich habe so ein Glas, das sieht so honigmäßig aus, weißt du? Das machen die hier selber, so. Und da sind halt ganz viele verschiedene, ja, so natürliche Sachen drin, so, weißt du? Neem ist da drin, Vitamine sind da drin, da ist Zitrone drin teilweise und so. Halt aus natürlichen Stoffen wird das hergestellt. Also riechst du wie eine Zitrone jetzt? Mäßig. Zitrus, Zitrusduft, geil. Gibt's verschiedene. Bro, hier gibt's so Läden, da kriegst du halt, ey, ich kauf meine Datteln jetzt mittlerweile auch, da hier gibt's so Läden, da ist halt alles natural, weißt du? Ja, glaub ich dir. Alles von Waschmittel bis Duschgels bis Zahnpastas bis Früchte, Nüsse, alles halt natural aus der Umgebung hier. Was machst du mit, also Zahnbürste ganz normal, Zahnbürste oder auch so anders? Ne, mit Baumstamm mach ich mittlerweile. Mit Baumstamm, du meinst Miswak? Nein, Spaß. Aber Miswak kennst du doch, oder? Das ist so ein Stück Holz, bestimmtes Holz und damit kannst du die Zähne sagen. Wo kommt das denn nochmal? Marokko oder irgendwo im Nahen Osten oder so, ne, glaub ich? Ja, ist aus dem Nahen Osten Miswak, das ist so. Aber es gibt ja auch mittlerweile Alternativen zu den herkömmlichen Zahnbürsten. Da sind die Borsten auch aus Naturprodukt, ne? Der Griff ist aus Bambus und die Borsten sind auch irgendwie aus irgendeinem Natur-Dings-Produkt. Ja, geil. Aber die halten halt nicht so lange, ne? Die machst du ein paar Mal, dann müssen die weg. Ja, aber immer geil. Ich find's geil, die Produkte ändern sich. Also die werden immer mehr so natural. Es gibt Auswahl, ne? Es gibt immer mehr Möglichkeiten, sich so halt Produkte zu holen. Weißt du, warum das so ist? Also in Deutschland auch. Also in Deutschland ist es sehr, sehr krass. Hä? Ja, ja. Also in Deutschland ist es wirklich krass geworden. Ich hab so eine eigene Theorie dazu. Die Leute machen schon so, wenn sie da sagt, eigene Theorie. Ja, ich wollte grad auch sagen. Aber Keanu ist nicht Keanu, wenn er nicht eine eigene Theorie hat, ne? Erzähl. Also ich glaube, dass die Menschen, auch hier in Deutschland, so langsam verstanden haben, dass diese Produkte eigentlich Müll sind. Also wenn ich sag, diese Produkte, meine ich halt diese herkömmlichen Dinge, die wir die letzten 20, 30 Jahre immer erworben haben aus den Supermärkten. Normale Zahnbürsten, normale Zahnpasta voller Florid und so. Mittlerweile haben die Menschen verstanden, dass da vielleicht doch was dran sein könnte. Und ich beobachte hier eine Veränderung, Bro. Die fangen an, bewusster einzukaufen. Die achten drauf, was ist in diesen Produkten drin? Was steht hinten drauf? Zahnpasta ist ja ein großes Thema mit Florid und so weiter und so fort. Und ich bemerke einfach, dass die Hersteller, also die, die das Ganze, die Produkte herstellen, sehen, dass die Kunden, dass die Endkonsumenten einfach ihr Verhalten verändert haben und mehr zu Naturprodukten greifen. Und du weißt ja, wenn zum Beispiel eine Firma von Colgate, die machen ja diese Standard-Zahnpasta, wo voller Florid und so drin ist, ne? Ja. Wenn die merken, dass die Leute das nicht mehr kaufen, Bro, dann machen die auch die Alternativen, ne? Dankeschön, das meine ich. Es kommt zwar vielleicht immer noch vom selben Hersteller teilweise, aber sie müssen sich dem Konsumverhalten der Menschen beugen, weil sonst verkaufen die nichts. Ist so. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir diese Unternehmen eigentlich komplett an den Eiern haben. Das heißt, wenn wir uns als, sag ich mal, als Gruppe oder als kollektives Bewusstsein dafür entscheiden, zum Beispiel Zigaretten wegzulassen, also Zigaretten nicht mehr zu kaufen, das ist ja auch ein Trend gerade, weil Zigaretten rauchen ist ja outer denn je. Dann müssen diese Hersteller, wie Philip Morris und wie sie alle heißen, zu Alternativen gehen. Weil wenn der Kunde wegläuft, müssen die hinterherlaufen, Bro. Weil sonst sind wir weg. Ist so. Und das ist, glaube ich, für die auch sehr, sehr stressig. Oder auch bei Getränken. Das hast du ja auch damals gesehen bei Cola, ne? Voller Zucker und so. Dann haben die angefangen, auf einmal so Alternativen zu bieten, wie Zero und sowas. Zero, yeah. Genau. Das heißt, unser Konsumverhalten ist sehr, sehr entscheidend dafür, was es dann für Produkte gibt. Mit Fleischkonsum zum Beispiel auch. Ich gebe dir recht, Bro. Ich glaube, irgendwie habe ich auch das Gefühl, was du gerade gesagt hast, dass Leute immer bewusster werden generell, so weißt du. Leute fangen halt an, sich Gedanken darüber zu machen, was die so tagtäglich machen, was die konsumieren und werden einfach generell bewusster, habe ich das Gefühl. Und dann fangen die halt an zu gucken, okay, ey, welche Verhaltensweisen habe ich, die ich jeden Tag an den Tag lege, welche Rituale mache ich, welche Dinge tue ich jeden Tag und wie, was für einen Effekt haben die auf mich und mein Leben so oder auf meinen Körper, auf meine Gesundheit etc. pp. Und dann fängst du, glaube ich, automatisch an, so zu gucken, okay, vielleicht sollte ich das austauschen. Vielleicht sollte ich hier besser konsumieren. Und ich finde, eigentlich sollten wir dann auch, wenn wir merken, dass diese Firmen, ne, dann uns auch Alternativen anbieten, eigentlich müssten wir dann auch gucken, dass wir die dann trotzdem nicht konsumieren. Ich habe das zum Beispiel bei mir auch gehabt mit diesem Fake-Fleisch auch teilweise. Also sagst du komplett boykottieren? Ja, schwer, aber ich versuche schon zu vermeiden. Ich habe zum Beispiel, hier gibt es eine Wassermarke, Kristall heißt die. Ich habe hier auch leider noch ein Ding von denen stehen. Und die sind auch von Coca-Cola, Bruder, weißt du? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne die Marke auch. Ich schaue jetzt mittlerweile, dass ich in diesem Natural Shop, da bieten die auch Wasser an, was hier aus der Nähe kommt, weißt du? Und ich schaue dann halt, dass ich eher das Wasser kaufe und die dann nicht mehr unterstütze und supporte, weißt du? Was mit Leitungswasser? Geht hier nicht, geht hier nicht. Gar nicht? Merkst du das auch beim Zähneputzen und so? Ja, das schmeckt anders, das riecht auch anders, wenn du duschen gehst und so. Das ist auch wie in Amerika. In Amerika merkst du es auch, du riechst richtig das Chlor, weißt du? Ja, wie in Spanien und so. Ja, ja, ja. Da musst du auf jeden Fall aufpassen. Du kannst richtig Parasiten von bekommen und so ein Shit. Krass, Alter. Ich habe letztens so einen Typen gesehen, der hat so ein Experiment gemacht, wie schnell deine Haut das Wasser einzieht. Er hat so zwei Gläser genommen und hat so seine Finger reingesteckt. Und das hat irgendwie so ein paar Sekunden gedauert, bis deine Haut das Wasser so eingezogen hat. Es ist weniger geworden. Das siehst du so mit dem Auge gar nicht. Das hat er dann gemessen mit so einem Messgerät. Und meinte, guck mal, in Sekunden zieht deine Haut das Wasser schon ein. Und er meinte, jetzt überleg mal, du gehst baden, du gehst jeden Tag duschen und, und, und. Er meinte, du checkst es gar nicht, weil deine Haut ist ja auch ein Organ und es sorgt ja auch auf, ne? Viele haben auch hier so Europäer und so. Und bei mir war das auch schon so. Haben auch manchmal so Hautirritationen, weil die mir auf das Wasser nicht klarkommen, so weißt du? In manchen Häusern ist das Wasser auch auf dem Dach gelagert. Also wir haben halt hier auch nicht so ein Rohrsystem oder sowas, weißt du? Das Wasser ist quasi auf dem Dach gelagert, in so riesen, in so riesen, wie sagt man, in so Gefäßen halt. Ja, genau. Ja, Fässer, so ein riesen Ding halt. So richtig groß, weißt du? So ein Wasserspeicher so mäßig. Ja, genau, genau. Echt? Ja, ja. Und die Qualität von denen, die die Dinger auf dem Dach haben, ist auch nochmal, man muss überlegen, Sonne scheint ganz Zeit aufs Dach, weißt du? Du hast diese, du hast Staub und diese ganzen Sachen so. Ich zum Beispiel habe hier in meinem Haus, wir haben das Wasser unterm Haus gelagert, weißt du? Das pumpt also hoch. Genau. Und das ist auf jeden Fall von der Wasserqualität deutlich besser als die Jungs, die das Wasser oben auf dem Dach gelagert haben, weißt du? Okay, krass, wusste ich gar nicht. Und wie wird das denn mal aufgefüllt? Wie lange dauert das dann immer, bis das leer ist? Ne, der Nachbar hier zum Beispiel, der hat das oben auf dem Dach, die kommen so alle so zwei, drei Monate, glaube ich, ungefähr. Ja. Wie kommen die? Alle zwei, drei Monate. Was für ein Wasser wird denn da reingefüllt dann? Die kommen mit so einem riesen Wassertank-Lkw und so und dann legen die einen Schlauch und dann pumpen die das hoch in den Wassertank. Was? Krass, Alter, wusste ich gar nicht. Ja, Digga. Das ist halt hier anders, ne? Das sind so Sachen, die sind crazy, Bro. Das ist halt eine andere Welt hier. Wir leben hier halt noch so, in ein paar Hinsichten sind die Leute hier schon extrem weit so, Internet zum Beispiel ist stabil und diese ganzen Sachen. Aber in ein paar Hinsichten merkst du halt, ist fast so 60, 70 Jahre hinter uns. Weißt du, was ich meine? Krass. Du sagst, Internet ist stabil. Also besser als in Deutschland? Ja. Ehrlich? Also von der Geschwindigkeit oder vom Netz her, wenn du draußen bist, unterwegs bist? Also vom WLAN her, so. Also von diesem, nicht vom, du weißt doch, dieses Draußen-Internet ist ja nochmal was anderes, mobile Internet ist noch, hier gibt es zum Beispiel kein 5G oder so, weißt du? Hier gibt es nur 4G, höchstens, Maximum. Aber so der Ausbau, also es kommt auch darauf an, in welcher Gegend du wohnst, ne? Aber ich zum Beispiel bin hier in der besten Gegend hier in Tulum und ich habe hier in diesem Haus so starkes Internet, das habe ich in meinem ganzen Leben vorher noch nicht gehabt, so. Also ich kann drei Stunden Video hochladen in zwei Minuten, weißt du? Okay, okay. Ja, aber man muss gleichzeitig dazu sagen, wir haben ja Hurricane gehabt letztens, ne? Hier war ja ein Hurricane und da hatten wir hier in meiner Area nur einen Tag keinen Strom, aber in anderen Areas eine Woche keinen Strom, bro, weißt du? Boah, und das kommt häufiger vor, oder was? Also manchmal haben die Stromausfall für ein paar Stunden hier, aber dass es so eine Woche ist, das kommt nur vor, wenn krasse Stürme sind, krasse Hurricanes oder so, weißt du? Und wie ist das da, also finanziell, ist das teuer oder günstiger? Ich denke immer günstiger, oder? Als Deutschland? Ja, ja. Was? Lebensmittel? Nee, Digga. Nee? Das ist nicht günstiger. Also kommt drauf an, was? Also zum Beispiel jetzt Früchte und so sind hier günstiger. Wenn du auf den Markt Früchte kaufen gehst, Mangos und so, deutlich günstiger als in Deutschland, so, ne? Aber wenn du in den Supermarkt reingehst und irgendwie ganz normal einkaufen gehst, so wie du in Deutschland einkaufen würdest, so, würde ich sogar fast sagen, teilweise teurer. Gerade wenn du jetzt vegan bist wie ich und so, vegane Produkte und so ist teurer als in Deutschland hier. Okay. Ist das, also Tulum, ich hab, ich kenn mich leider nicht aus in der Gegend. Du bist ja schon öfter da gewesen. Ist das so ein Touristenort oder ist das so einheimischer Ort? Nee, nee, ist schon sehr touristisch hier auf jeden Fall. Ah, okay, okay. Das erklärt auch vielleicht, verstehe. Weil Touristenorte sind ja meistens ein bisschen teurer, ne? Ja, ja, ja. Auch Mieten und so. Mieten und so sind auch hier, das ist schon bodennost teilweise, so, weißt du. Was zahlst du da, wenn ich fragen darf? Oder ist das Dings? Ich zahle hier gerade, wie viel zahle ich? Ich hab runtergehandelt. Am Anfang, wo ich in die Wohnung reingekommen bin, wollten die 1.150 Euro oder so Miete haben. Und ich hab jetzt runtergehandelt auf 850 oder so zahle ich jetzt. Um die 900 Euro. Also umgerechnet 850, oder? Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Okay, crazy, Alter. Aber musst gucken, ne? Also Hintergrund, alles ist halt drin. Couch ist drin, Möbel sind drin, zwei Fernsees, Waschmaschine. Ach so, voll möbliert. Komplett möbliert, ja. Ach, okay, krass. Das heißt, du musstest nicht irgendwie noch Bett kaufen und diese ganzen Filme. Nichts, alles drin. Und haben die so eine Frist gesetzt, wie lange du da drin bleiben darfst? Oder, weil manche sagen ja nur maximal sechs Monate oder so. Nein, nein, die wollen so lange, umso länger, umso besser so. Umso bessere Verträge kriegst du, umso günstiger. Ah, deswegen haben die auch, okay, du hast gesagt, ich hab vor, länger zu bleiben. Deswegen gib mir das vielleicht ein bisschen günstiger so ein auf den. Ja, ja, und ich bin am Dribbeln immer. Ich bin so deutschmäßig da. Also ich sag, ich hab ein paar andere Wohnungen gesehen, die genau gleiche Ausstattung haben, aber günstiger sind und so. Mach mal runter. Sehr gut, sehr gut. Wie lange bist du jetzt schon da, in der Wohnung? Hier in der Wohnung bin ich jetzt schon seit anderthalb Jahren, Bro. Krass, Alter. Also du bist seit anderthalb Jahren in Mexiko und warst noch nicht hier? Ja. Ja, Mann. Crazy. Ist das die längste Zeit, wo du jetzt in Mexiko bist? Ja. Ja, ne? Ja, Bruder. Ey, ich sag dir ehrlich, ich bewundere das voll. Also ich respektiere das auch voll und immer, wenn ich dich so manchmal sehe in irgendeinem Video oder mal im Stream oder so, da denke ich immer, krass, Bruder, der hat einfach gemacht, der ist einfach da, hat da so Wurzeln geschlagen, macht einfach sein Ding. Ich feiere das. Ich beneide das auch irgendwie, um ehrlich zu sein. Also ich bin auch so weg hier, Bruder. Ich sag dir ehrlich, weil das geht hier nicht mehr. Also noch ja, aber wenn ich so sehe, die Prognose, wohin das geht, wenn ich mir so anschaue, in welche Richtung wir hier gerade marschieren, Bruder, einfach weg hier, Alter. Das ist doch kein Leben hier mehr. Das ist hier nur noch Psychoterror, Alter. Was ist so das Ding für dich, was ist so das, was dich am meisten so zum Nachdenken bringt, wo du dir denkst, Bro, kein Bock mehr? Steuern. Ist das, was du dir reinziehst oder so generell so die Vibes? Steuern, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Steuern. Okay. Ich zahle den Höchstsatz, Steuern, du weißt, wie hoch der ist. Ja, Bro, ich bin ja immer noch in Deutschland gemeldet, doch, ne? Da werden jetzt einige sagen, du bist dumm und so, aber ich zahle ja auch noch Steuern in Deutschland, Bruder. Warum? Das hat Gründe, Bruder. Aber warte mal, es gibt doch so ein Gesetz, wenn du länger als sechs Monate, glaube ich, nicht in Deutschland bist, dann musst du, glaube ich, nicht die Steuern zahlen oder irgendwie so. Also nicht die, wie in Deutschland. Irgendwas war doch da. Echt? Nein. Doch, doch. Doch, wenn du dich irgendwie so und so lange nicht in Deutschland aufhältst, dann... Ich hab gehört, die wollen sogar neue Gesetze machen, dass wenn du, selbst wenn du auswanderst oder wenn du irgendwo anders arbeitest, dass du trotzdem weiterhin, wenn du deutscher Staatsbürger bist, in Deutschland irgendwie Steuern zahlen musst irgendwie so. Ich glaub, die wollen das noch mehr verschärfen, dass die Leute, die sich auch verpissen, weiterhin Steuern bezahlen irgendwie. Das ist, glaube ich, für große Unternehmen, die einen gewissen Betrag verdienen im Jahr, glaube ich. Ich kann mich halt aus Deutschland... Wegzugsteuer. Ich glaub, ein normaler Typ muss da, glaube ich, diese Steuern nicht zahlen. Einer sagt, doch, sechs Monate. Da hat er recht. Ich geh hier weg. Also das Ding ist, ich kann mich halt in Deutschland gerade nicht abmelden. So. Ich kann mich in Deutschland nicht abmelden. Du hast bestimmt schon... Hier schreibt jemand, die 183-Tage-Regelung besagt, dass niemand Einkommensteuer zahlen muss, der sich weniger als 183 Tage im Kalenderjahr in Deutschland aufhält. Hast du keinen deutschen Wohnsitz mehr über 183 Tage in einem anderen Land gelebt, bist du in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig. Okay, dann musst du aber deinen Wohnsitz aufgeben, ne? Dann musst du dich wirklich abmelden auch. Ja. Weil ich bin noch gemeldet halt in Deutschland. Hast du vor, dich umzumelden, oder? Ja. Weil das ist so der letzte Bezug irgendwie noch von dir, ne? Nach Deutschland so. Ja, 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 ja. Es gibt halt einen Grund, warum ich mich noch nicht abmelden kann, weißt du? Darf man... Also nennst du diesen Grund? Also ist der Ding so, oder ist es zu privat? Habe ich... Habe ich bis jetzt noch nicht drüber geredet in der Öffentlichkeit so. Okay. Ja, klar, Bruder. Ich respektiere das. Ich will hier nicht alles aus der Nase ziehen. Ich finde das halt nur mega interessant. Also schon denken vielleicht. Ähm... I... Ja, also ich habe so ein paar Sachen im Kopf, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, Bruder. Ähm... Ich befasse mich halt selber auch schon mit dem Thema wegzugehen. Also nicht nur aus Deutschland, sondern komplett Europa. Ähm... Ich weiß aber noch nicht genau, wohin. Es gibt so ein paar Tendenzen. Es gibt hier und da ein paar Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehen könnte. Ähm... Ich war jetzt auch... Bis gestern war ich zum Beispiel auf Kreta. Kreta ist halt eine Urlaubsinsel. Sie ist halt riesig. Das ist die größte griechische Insel. Aber da habe ich halt wieder gemerkt... Bitte? Griechenland, ne? Ja, also ich würde in Griechenland jetzt nicht leben, aber ich war einfach so mal ein bisschen... Einfach mal weg und habe sofort gemerkt, wie unterschiedlich die Dinge auch sind, weißt du? Wie entspannter es auch sein kann. Kaum bin ich hier gelandet, bin ich wieder in Deutschland, Bruder, sofort. Diese Vibes kommen wieder hoch. Diese Gesichter, der graue Himmel über deinen Kopf, Bruder, voll mit Dings, Geoengineering verseucht. Und du denkst dir so... Alter, was will ich hier überhaupt, Alter? Was will man hier überhaupt? Bist du so ein Sonnenmensch auch? Bist du einer, der so Sonne mag, der so gerne in der Sonne ist? Unbedingt. Ich war die ganze Zeit im Meer. Ich war, glaube ich, jeden Tag mit meinem Sohn mindestens acht Stunden, also einen vollen Arbeitstag hier, war ich die ganze Zeit im Meer, im Wasser, am Strand und so. Wir haben eigentlich nichts anderes gemacht. Geil. Ich schwöre dir. Beste Leben, oder? Sei ehrlich, Bruder. Meer. Allerbeste Leben. Ich finde auch diesen... Ich muss ehrlich sagen, diesen Kontrast so geil, beziehungsweise diesen Ausgleich, weißt du? Ich bin hier, ich stream hier drei, vier, fünf Stunden, beschäftige mich halt mit dem Shit, der auf der Welt abgeht und du weißt, wir gehen auch mal an Themen rein, die einen auch zum Nachdenken bringen, die einen ein bisschen so, auch schon auf die Psyche gehen, vielleicht ein bisschen und so. Ich mache den Stream aus, ich nehme meinen Scooter, ich fahre ans Meer, ich steppe einmal rein und alles ist weg, Bruder. Geil, geil. Das ist halt, das ist so, ich finde, das ist viel mehr wert, als hier irgendwie mit einem Benz durch die Gegend zu fahren, Bruder. Voll. Verstehst du, was ich meine? Das ist viel mehr, das gibt dir viel mehr, das ist viel mehr Reichtum in dem Sinne und ich würde auf jeden Fall tauschen, also das ist ja wie dieser eine Spruch, lieber, fährst du lieber mit dem Fahrrad zum Strand oder lieber mit dem Ferrari ins Büro, weißt du? So. Das ist nämlich das Ding. Du automatisch, ich meine, du warst ja, du warst ja zum Beispiel immer so, ich weiß noch, unser erster Talk, ich weiß noch ganz genau, wo du gesagt hast mit deinen Ketten und so, gesagt hast, ich weiß noch ganz genau, als ob es gestern gewesen wäre, wo wir den Talk angefangen haben, dass du gesagt hast, Mann, ich scheiße auf die Scheiße und so, Materialismus, dies, das, Fake hin oder her, juckt mich nicht, es gibt andere Sachen, die was zählt, da habe ich gemerkt, du bist ein realer Motherfucker, Bro, aber was ich sagen wollte, ist, automatisch, wenn du hier bist, ich habe gar keinen Bezug mehr dazu, ich habe gar nicht mehr dieses Bedürfnis überhaupt irgendwie, mir einen fetten Wagen zu kaufen oder irgendwelche Ketten oder irgendeine krasse Uhr oder, Bro, ich kaufe nicht mal mehr Klamotten. Ja, ich sieh's. Ich habe schon seit einmal und halb, zwei Jahren keine Klamotten, Bruder, ich frage die selbe Scheißhosen hier im Stream immer und so, weil ich habe da gar keinen, zu diesem ganzen Materialistischen und so, ich habe da gar kein Bedürfnis mehr, so, weißt du? So, ich habe meinen Scooter, Bro, und ich bin so happy, dass ich überhaupt, dass ich dieses Fortbewegungsmittel habe und ich finde es auch viel geiler, als ein Auto zu haben. Ich fahre hier mit dem Scooter rum. Was mir viel wichtiger geworden ist, ist die Sonne, Menschlichkeit, Bro, geile Talks mit Menschen ins Meer reingehen. So, diese ganzen Sachen, ich habe irgendwie gemerkt, dass es viel wichtigere Sachen gibt als diesen Materialismus, wo ich noch in Deutschland war. In Deutschland ist es automatisch so, weil, ich glaube, weil die Leute um dich herum auch sich extrem mit diesen Sachen identifizieren. Richtig. Dass man so mit der Zeit einfach das Gefühl bekommt, dass das so das ultimative Ziel ist, so. Du musst das erreichen, dann bist du happy, so. Du musst mindestens AMG fahren, du musst mindestens Prada-Shirt tragen, du brauchst mindestens die Daytona Vollgold, so, um überhaupt in diesem... Ja, Bruder, das ist nämlich hier dieser größte Bluff aller Zeiten. Und als ich dir damals schon gesagt habe, mich juckt es nicht, dann meinte ich das auch wirklich so. Das hat sich bis heute nicht geändert, Bruder, guck mal. Ich habe hier eine Uhr, ich trage die mit Stolz, Bruder, weißt du? Das ist eine Uhr, die kostet 200 Euro, Bruder. Geil. Nein, aber 200 Euro ist viel Geld. Ist viel Geld. Und ich trage die nicht, weil die einen Wert hat, sondern weil ich ihr einen Wert gegeben habe. Nicht den Wert des Geldes, sondern den Wert des... dem Bezug, den ich dazu habe. Weißt du, wie ich meine? Ich trage sie, weil sie mir gefällt. Ich habe sie gekauft, weil ich sie cool finde. Nicht, weil die teuer ist, Bruder. Wie viele Dinge tragen die Leute, die scheiße aussehen, die sind nur teuer? Und wie viele Leute laufen rum mit Klamotten, die teuer sind, aber die sehen aus wie der letzte Junkie, Bruder. Das heißt, diese Klamotten machen sie auch nicht gerade hübscher. Du kannst auch mit einem 5-Euro-T-Shirt das Ding rocken, je nachdem, wie du halt drauf bist. Und ich finde halt diese Statussymbole, wie dickes Auto. Okay, ich habe auch ein sehr dickes Auto, aber ich habe das nicht, um mich darüber zu identifizieren, sondern weil ich Autos mag. Verstehst du, wie ich meine? Und ich habe auch irgendwo mal irgendeine Klamotte, die teuer war, aber ich habe sie nicht gekauft, um mich darüber zu identifizieren, sondern weil ich halt zufällig in einem Store war und die hat mir gefallen. Das heißt, ich kaufe mir Dinge, die mir gefallen und nicht, damit ich sie habe, um zu zeigen, guck mal, ich habe eine Rolli, die kostet 20k, ich habe einen AMG, der hat 600 PS und ich habe die neuesten Schuhe von Gucci. Also ich sage ja immer, wer sich darüber identifiziert, ist in meinen Augen komplett verloren und er tut mir einfach nur noch leid, Bruder. Wenn ich mal mit den Jungs, wenn wir auf Tour waren, mit Fordi, Jamal, PA und so, Bruder, es war für mich immer wieder ein lehrreicher Tag. Um Gottes Willen, ich liebe sie alle auf ihre Art und Weise. Der eine hat es für sich, der andere hat auch was für sich. Und wenn ich mal mit denen unterwegs war und wir laufen gerade durch die Stadt, in irgendeiner Stadt, wo wir einen Auftritt haben, in München, dann wollen die alle in diese Stores, in diese Boutique. Warum? Weil dort gibt es Louis Vuitton, wie heißen die, Gucci, dann gibt es dort Versace. Und ey, da gibt es halt, irgendwann essen wir und dann heißt es, ey, kommt ihr noch mit, ich will in diesen Store. Die haben die neue Kollektion, die haben die neue Brille. Oh, ich habe mein Mikrofon weggäuert. Die haben die neue Dies und Das. Und ich denke mir immer so, gefällt euch das wirklich? Also von der Optik her? Oder geht ihr nur da rein, weil es eine Marke ist, die angesagt ist? Und ich stelle mir diese Frage in meinem Kopf, während wir noch am Sandwich knabbern. Und irgendwann stehen wir auf und wir sind fünf, sechs, sieben Leute, Bruder. Ich will jetzt nicht der Buhmann sein und sagen, ich gehe nicht in den Store und rebelliere auf einmal. Und gehe so absichtlich in den Kick rein, um zu sagen, ich bin gegen euch. Ich gehe einfach mit und schaue mir einfach an, was ist denn da? Was wollen die da? Das ist so interessant. Dann gehen wir halt rein und dann wird dir die Tür aufgemacht von einem Schlipsträger. Oder du kannst dein Geschlecht nicht mehr zuordnen, so ist aber auch nicht schlimm. Du gehst rein, Bruder. Man merkt, die Atmosphäre ist auf jeden Fall übertrieben, aufgefurzt. Und du siehst schon, die wissen schon, wo sie hingehen müssen. Ich drehe mich so selber im Kreis, während ich die Treppe hochlaufe, um zu gucken, wo bin ich überhaupt. Dann setze ich mich irgendwo hin. Dann kommt diese Person, dessen Geschlecht ich nicht zuordnen kann und gibt mir so einen Becher mit Trinken. Wollen sie was trinken? Nein, Dankeschön. Und dann sitze ich da und gucke mir einfach an, was meine Jungs so machen wollen. Ich gucke, PA lässt sich so von so einer Dame, gibt dir so eine Jacke, er zieht die so an und sagt, hey, wie findest du die? Sag ich, Bruder, die steht dir nicht. Die ist zu bunt, die ist zu groß. Er sagt, ach komm, du Spaß. Dann kommt Jamal von links, setzt mir eine Brille auf und sagt, Bruder, guck mal in den Spiegel. Du siehst aus wie ein Motherfucker und diese Brille sieht einfach aus wie von, keine Ahnung, wie von Karneval, Bruder. Weißt du? Und das ist lustig, aber ich versuche eine Ernsthaftigkeit dahinter zu verstehen. Was möchten wir jetzt hier? Gibt es hier wirklich irgendetwas, was cool aussieht? Und irgendwann so nach 10, 15 Minuten Rumalberei sehe ich, dass jeder wirklich was für sich gefunden hat, Bruder. Und dann merke ich, okay, es gefällt ihnen, ja. Der kommt mit einem bunten Shirt, was ich zum Beispiel niemals anziehen würde. Aber ich merke, er rockt es, Bruder. Er geht doch damit später auf die Bühne und es sieht bei ihm richtig geil aus. Aber ich denke mir so, was kann ich jetzt hier machen, Bruder? Was mache ich hier? Ich sehe ein Hemd und ich denke mir, okay, es ist schlicht, es passt zu mir. Dann laufe ich da hin, nehme das raus, zieh das an und es steht mir, dann kaufe ich das, Bruder. Aber nicht, weil es die Marke ist, sondern weil es mir wirklich gefallen hat, Bruder. Das ist so mein einziger Bezug zu solchen Modeaccessoires, Modeartikeln. Ja, ich finde das auch nicht verwerflich, weißt du? Wenn man sich mal was Teures kauft oder wenn man mal ein bisschen shoppen geht und so und sich was gönnt so. Auch wenn man dafür gearbeitet hat. Weißt du, wie ich meine? Die Jungs haben ja auch viel dafür gearbeitet, haben ihr Ding gemacht, haben dann Geld kassiert und sagen sich dann mal, okay, ich gehe mal shoppen. Ich gucke mir das mal an und so. Also, wo ich sage, wo es zu viel wird, ist, wenn man sich darüber identifiziert, Bro. Und heutzutage gibt es halt viele Menschen, die sich darüber identifizieren, die nur deswegen in diese Shops reingehen, damit die sich was kaufen können, damit andere dann sagen, oh, der ist krass. Genau, das ist das Problem. Die Leute messen die Leute daran, was für Klamotten die sich leisten können, wie viel Follower die haben, wie viel Fame die haben, wie viel Geld die haben, was für Karren die fahren und dies, das, blablabla. Es geht gar nicht mehr richtig um Menschlichkeit, habe ich das Gefühl, weißt du? Es geht gar nicht mehr darum, ey, was ist das für ein Typ? Ist der korrekt? Hat der ein gutes Herz? Wie viele anderen Menschen hat der geholfen? So, man identifiziert sich heutzutage mit so oberflächlichen Sachen, die überhaupt nicht mehr deep sind und die überhaupt nicht irgendwas über deinen Charakter eigentlich sagen, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn sie was über deinen Charakter sagen, dann, dass du, wenn du dich über sowas identifizierst, dann wahrscheinlich mit dir selber gar nicht so richtig krass am Start bist, dass du irgendwelche Statussymbole brauchst, damit andere denken, dass du krass bist, so, weißt du? Und da sehe ich halt das Problem. Und wenn Kids dann denken, dass die einfach nur geile Klamotten haben müssen und einen geilen Wagen fahren müssen und irgendwie sich einen Status aufbauen müssen über solche Sachen, dann ist das auch eine Sache, wo ich sage, das ist nicht das, wo ich denke, wo wir Menschen uns darauf konzentrieren sollten, so, weißt du? So. Aber ich finde, es sagt doch schon was über deinen Charakter aus. Ja, ja. Und zwar, dass du oberflächlich bist. Also, wenn du dich nur darüber identifizierst. Es sagt sehr viel über dich eigentlich aus, so. Ähm, was ja aber auch nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, von Wichtigkeit wäre, aber absolut. Ich finde, jeder sollte so, sage ich mal, mit seinem Geld anstellen, was er möchte, ne? Weil wer bin ich oder wer bist du, dass wir entscheiden, was zum Beispiel PA oder was jemand anderes für eine Klamotte trägt, was richtig oder falsch ist, um Gottes Willen. Es ist für einen selbst, weißt du? Und wenn der Bruder das fühlt, dann fühlt er das. Und ich habe zum Beispiel mit meinem, äh, mit diesem, sage ich mal, mit dieser Tour, ja, mit dieser Boutique-Tour, nenne ich sie jetzt mal, habe ich einfach erfahren, weil ich halt sehr, auch, ja, auch selber oberflächlich darauf geguckt habe, so, ne? Ich habe auch abgestempelt, Bruder, einfach. Jemand, der in Boutique gibt und 2000 Euro für ein T-Shirt ausgibt, ist in meinen Augen einfach verdorren. Aber ich habe halt diesen Dings nicht verstanden, diesen, diesen Vibe, den man dort hat oder weiß, was ich was, das ist einfach anders dort etwas zu kaufen, als zum Beispiel bei Kick, weißt du, da hast du so ein Drehteil, wo so 50 T-Shirts ineinander gedreht sind und dann steht da so, zwei für Preis für 20 Euro, ne? So, ich gehe zum Beispiel so auch einkaufen, so, ich mag das, weil ich habe es übersichtlich vor meinen Augen, aber dieses da reingehen und besondere Artikel holen, ist was anderes. Und ich habe dann verstanden, dass es vielleicht nicht nur darum geht, unbedingt diese Marke zu tragen, sondern einfach dieser Vibe. Experience, wa? Genau, diese, es ist eine Experience, Bruder, muss man sagen. Ja, ja. Weil die gehen ja nicht jeden Tag da rein, weißt du? Und ich bin ja noch seltener da drin gewesen. Deswegen habe ich das einfach irgendwann verstanden und habe die Jungs auch verstanden. Und das ist ja nicht so, dass die in die Kamera gucken und sagen, guck mal mein neues Gucci-Shirt, guck mal mein dies, guck mal mein das. Es ist für sie selbst gewesen. Natürlich gibt es auch diese Extrembeispiele, die du gerade genannt hast, dass die halt sich nur darüber identifizieren und sich nur die Klamotten kaufen, weil es eine Marke ist. Und weißt du, was sehr, sehr... Das passiert halt auch unterbewusst, weißt du? Das passiert auch bei vielen so unterbewusst, Digga. Die werden halt so geprägt, weil die das die ganze Zeit gezeigt bekommen von anderen Rappern oder von anderen Filmen oder was auch immer, dass die dann denken so, okay, krass, ich will das jetzt auch haben. Und die denken, die machen das nicht. Aber eigentlich machen die das, weil die das einprogrammiert bekommen haben auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Absolut korrekt. Ich habe mal so ein Interview von so einem richtig reichen Motherfucker gesehen. Bruder, wenn du ihn anguckst, du hättest nie gedacht, dass er ein Multimilliardär ist. Also wirklich, der sah überhaupt nicht so gekleidet aus und er hat was sehr, sehr krasses gesagt. Er sagte, schau mal, Menschen, die nicht reich sind, aber reich sein wollen oder das Gefühl von, ich bin reich vermitteln wollen, machen das über was? Über Materialismus, über Kleidung, über Schmuck, über Autos oder so. Und dann musste ich auf einmal daran denken, der hat recht. Das sind ja meistens auch diese Leute, die sich über Reichtum identifizieren wollen. Warum? Weil die wollen so tun oder vermitteln, ey Leute, ich bin reich und nehmen auf einmal so Batzen Geld in die Hand in ihren Videoclips oder in ihren Hörproben und tun so, als wenn die mit so Batzen telefonieren. Kennst du das? Oder die machen so einen Batzen auf ihrer Hand so und machen das wieder so hoch oder so, weißt du, und zeigen so Geld und so. Und dann habe ich gecheckt, okay, das sind Leute mit übertriebenen Komplexen eigentlich. Die sind so, ich weiß nicht so. Es gibt die einen und die anderen, die, sage ich mal, das vielleicht machen, um zu zeigen, so, ihr Wichser, ich habe es geschafft. Und dann gibt es Leute, die wirklich... Oh Leute, die machen das wegen Klicks, das kommt auch gut an, Digga, weißt du. Die Amis und so, die wissen, die merken, wenn du so Batzen hast oder schöne Frauen, halbnackte Frauen und so, das macht halt auch Views, ne? Das macht Views vielleicht, ne? Aber du triffst damit halt sehr oberflächliche Leute, sprichst du sehr oberflächliche Leute an. Aber es gibt nochmal einen anderen Aspekt, den fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar provozierst du damit. Du provozierst Menschen, die dir nicht gönnen. Ich nicht habe, ne? Ja, die dir nicht gönnen. Aber du provozierst auch Menschen, die, sage ich mal, nicht so oberflächlich sind, die sich denken, boah, Junge, bist du peinlich. Aber zum Beispiel, ich kenne jemanden, der flext manchmal in der Öffentlichkeit mit Geld, ja? Oder mit Autos oder so. Ich kenne, er ist ein Freund von mir, ich weiß, warum er das macht. Es sieht für jemanden, der ihn nicht kennt, merkwürdig aus. Aber ich kann zum Beispiel sagen, er macht das, weil es eine Art Rache ist, Bruder. Weil über ihn wurde früher gelacht. Ja, es wurde über ihn gelacht, so. Und zu ihm wurde gesagt, du schaffst es nie. Du wirst immer so broke bleiben und du wirst niemals in diesem Geschäft Fuß fassen. Du wirst es nicht schaffen. Du bist nix. Du bist vergessen. Du bist einfach ein Niemand. Und diese Moves, die er manchmal bringt, bringt er bewusst als eine Art Rache. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht dieser typische Flex, Bruder. Guck mal, ich bin's. Weil das kommt ja nicht immer. Es kommt bewusst in ein paar Situationen, wo er auf einmal einen Kofferraum aufmacht und da sind so Stacks, 100k, so, weißt du? Und das geht nicht an die Kids. Die Kids fassen das falsch auf, Bruder. Das ist ein Insider-Flex an die Leute, die ihn fallen sehen wollen. Alte Weggefährten, alte Partner, alte Freunde, die ihn gefickt haben und so, weißt du? Das macht er für die, damit die kotzen, Bruder. Das ist krass. Das ist krass, Bruder. Kann man auch nachvollziehen, menschlich gesehen, so, weißt du? Hundertprozentig, Bruder. Also, wenn du das selber in der... Ich meine, guck mal, ich bin ohne Geld aufgewachsen, so, weißt du? Wir haben nie Geld gehabt. Mutter immer Geldprobleme. Alleinerziehende Mutter, zwei Jungs großgezogen, dies, das, bla. Wo ich das erste Mal ein bisschen Geld auf dem Konto hatte und mir was leisten konnte, so. Hab ich auch erst mal, bin ich ein bisschen durchgedreht und hab geflexet und so, Digga. Weißt du, wie ich meine? Und wollte das den Leuten zeigen, so, ey, ich hab jetzt auch was, so. Geil. Gerade, wenn du dich erinnerst als Junge, du hast nichts gehabt und so, dann will man das auch flexen. Ich glaub halt, dass du eher ab irgendeine... Ich bin ja, weißt du ja selber, ich bin ja auf so einer spirituellen Reise mehr oder weniger auch unterwegs, so. Weißt du, connecte mich immer mehr mit dem Höreren. Nennst, wie du es willst, Gott, Universum, was auch immer, so. Und ich merk halt, dass diese ganzen Ego-Filme mir persönlich... Also, ich will darüber hinausgehen, so. Ich muss niemandem irgendwas beweisen, so, weißt du? Selbst, wenn ich fette Steaks hab oder Batzen hab oder Erfolg hab oder was auch immer oder... Keine Ahnung, schöne Frauen, dies, das... Weil ich merk, wieso mein Inneres auf dem nächsten Level unterwegs ist und sich dagegen sträubt, auch das so krass nach außen zu tragen und das in die Öffentlichkeit zu bringen und so. Weil ich merke, dass das einfach nur am Ende des Tages auch wieder ein Ego-Film ist, so. Ich will das jetzt alten Leuten zeigen, die mir damals gesagt haben, dass ich's nicht schaffen kann und so. Für was, Digga? Für wen? Weißt du? Ich weiß nicht. Ich seh die Dinge mittlerweile auch manchmal auf einer höheren Ebene und denk mir so, nicht mal das brauch ich. Auch jetzt bei diesen RKI-Dokumenten und die Sachen, die rausgekommen sind, hab ich auch wieder gemerkt, so. Man hat Bock, das den Leuten in die Fresse zu drücken und zu sagen, ich hab's euch gesagt und so, bla, bla, bla. Wieder diesen Ego-Film anzuschmeißen, so ein bisschen, weißt du? Aber gleichzeitig, als ich dann so ein paar Sachen gepostet hab auch und so, dachte ich mir so, Bruder, ich hab meine Lehre daraus gezogen. Ich muss niemanden auf Krampf das jetzt in die Fresse reindrücken, so. Also, für mich reicht es schon, wenn jetzt vielleicht ein paar mehr Menschen anfangen zu denken, ey, krass, die haben uns verarscht, ich steigere mein Bewusstsein. Ich versuche einfach mehr, die Realität zu sehen und die Wahrheit zu sehen und lass mich in Zukunft nicht mehr so krass verarschen, so. Ich muss das den Leuten jetzt nicht auf Krampf, weißt du, ich könnte jetzt auch posten und voll machen, tun und so, aber ich merke, das bringt mich selber aus meiner, so aus meiner Harmonie auch da ein bisschen raus, so, weißt du? Ich fühle das auf jeden Fall, was du meinst, ich finde das auch sehr, sehr stark, Bruder, weil ich hab vorhin zum Beispiel gesagt, als diese RKI-Dokumente oder Protokolle jetzt entschwärzt nochmal veröffentlicht worden sind, was ja sehr brisant ist und eigentlich schwarz auf weiß bestätigt, dass das alles auf jeden Fall ein Scam war, das kann man so einfach auch sagen, das kann man so jetzt wirklich sagen. Das können wir jetzt auch mal kurz mal so stehen lassen, Digga, Alter, das ist doch crazy, Digga, oder? Gerade für uns jetzt persönlich auch so. Ja, es ist crazy, es werden auch noch verrücktere Dinge passieren, Leon, also das ist so eine Sache, die uns jetzt, sag ich mal, passiert ist vor kurzem, also was wir alle erlebt haben, was gemacht worden ist, aber auch in der Vergangenheit gab es verrückte Dinge, die gemacht worden sind, über den Kopf hinweg und es wird in Zukunft auch noch Dinge geben. Und was ich nur gemeint habe, ist, viele Leute, die dich zum Beispiel, ich hab speziell dich genannt, weil ich das auch verfolgt habe, ich war auch irgendwo mit dabei und so, die dich so übertrieben, aber so wirklich so gottlos übertrieben, schon fast unfair gebashed haben im Internet, ohne sich selber jemals nur ein Funken damit zu beschäftigen, was es damit auf sich hat, müssten sich eigentlich mal bei dir entschuldigen, weil jetzt hast du eigentlich black on white, oder du hast es schwarz auf weiß, du kannst sagen, hier, ihr Punkt, 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 ich bin voll emotional geworden, weißt du, weil, für mich war das, Ja, es ist, du bist ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, es ist eine emotionale Achterbahnfahrt gewesen und man hat das so ein bisschen hinter sich gelassen und das reißt alte Wunden auf und jetzt hast du endlich dieses Ding, Bruder, wo du sagen kannst, ja, ich hab auch gerade ein bisschen aus der Haut gefahren und hab so richtig HS-Wörter gedroppt und so voll, Hass kam in mir hoch, Bruder, ich sag dir ehrlich und dann muss ich an diese Leute denken, die dann als Influencer, als Meinungsmacher, als YouTuber und als Stars und Idole dann so Sachen gesagt haben, wie die Leute, die ungeimpft sind, gehören eingesperrt oder sollen die doch sterben, Bruder, dann kocht in mir das Blut und dass ich nur ein paar Beleidigungswörter sage, Bruder, ist das Mindeste, weißt du, und Ich hab das gestern, ich hab ja gestern auch auf die ganze komplette Pressekonferenz wollte ich reagieren, ne, wo die eine, wo die Frau auch saß, die das quasi offiziell geleakt hat und so und ich hab auch während der Reaction so, hab ich auch zu den Leuten gesagt, so, ich bin jetzt gerade hier so gerade bei mir, gerade in mir drin ist gerade ein Kampf so, ich will am liebsten jetzt gerade ausrasten, aber irgendein Teil von mir sagt, bleib cool und dann hab ich schon trotzdem emotional, bin ich ein bisschen emotional geworden und hab halt den Leuten erzählt, was das für mich halt auch bedeutet hat damals, wie sich das angefühlt hat und diese ganzen Sachen, nochmal so versucht aufzugreifen, so, aber ich kann das nicht mehr, ich, 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 dann hat mir auch einer auf die Story geschrieben, so, ey, diese Hurensöhne müssen sich entschuldigen und so, dies, das, blablabla, aber ich will so gar nicht reden oder so denken oder so fühlen, Bro, weil, Digga, ich hab keine Erwartungen an diese ganzen Leute, man hat ja gesehen, wie die drauf sind, als ob ich jetzt erwarten würde, dass sich irgendeiner bei mir entschuldigt dafür, Bro, als ob das irgendeiner tun wird, Bruder, egal, wie oft ich Hurensohn sag oder wie oft ich die jetzt beleidige oder ausraste oder durchdrehe oder nicht, als ob sich irgendeiner von diesen Leuten bei mir entschuldigen wird, Bro, so, für mich war wichtig, mit mir selbst da klarzukommen, Bruder, ich hab durch diese ganze Scheiße, ich hab alles verloren, ich hab Selbstmordgedanken gehabt und so eine Scheiße, Digga, weißt du, wie ich meine, so, es war für mich, ich musste irgendwie mit mir selbst klarkommen nach dieser ganzen Phase, so, dass ich irgendwie weitermache, dass ich irgendwie durchziehe und nicht aufhöre, weißt du, und dass ich mich nicht aufgebe persönlich, so, und das hat mir halt, am Ende des Tages hab ich gelernt, dass es am Ende, Bruder, ich muss mit mir selber im Reinen sein und mit Gott, ich muss es niemandem recht machen, ich muss keine Erwartungen haben an Leute, dass die sich bei mir entschuldigen und so, für mich ist einfach nur wichtig, dass ich mir in den Spiegel gucken kann und mir selbst sagen kann, Bruder, du hast alles richtig gemacht, jetzt gibt's Beweise, schwarz auf weiß, Leute können sich das reinziehen, wenn die wollen, sollen die sich entschuldigen, aber ich muss die nicht dazu zwingen, Digga, oder das irgendwie erwarten, so, weißt du, 100%, starke Worte, dann fick ich mich auch selber wieder mit, wenn ich das erwarte, so, und dann nicht bekomme, weißt du, dann hab ich wieder negative Gedanken, ah, guck mal, die Wichser, guck mal, die entschuldigen sich nicht, die machen einfach weiter, als ob nix, Bruder, Bruder, ich kann nicht mehr diese negative Vibes und so, das war lang genug, Bruder, anderthalb Jahre oder so, hab ich damit gekämpft, ja, Bruder, kein Bock mehr. Sehr reflektierende, erwachsene, vernünftige Worte von dem Bruder Leon, aber juckt nicht irgendwo ein bisschen dieses, Ja, Sag mal ehrlich, das juckt hart, ne? Ich hab meine Story gepostet, ich hab meinen Song, den ich damals gemacht hab und so, ich hab ein paar Sachen reingepostet und so, ich hab ein paar Sachen reingepostet, es juckt auf jeden Fall, Bro, es ist so, es ist krass, aber ich kann das nicht zu krass an mich ranlassen, Bro, weil sonst kommt diese ganze Scheiße wieder hoch und dann guckst du wieder, wer drauf reagiert. Boah, ich wünschte, ich hätte diese Ruhe, die du hast und dieses Reflektierende und dieses, ähm, sag ich mal, bedachte, Bruder, ich hab das nicht, ich bin komplett aus, ich fahr aus der Haut, ne? Also wirklich, bei mir gibt's auch keinen Stopp, keinen Dies, ähm, weil ich finde, diese Menschen, die einen so, sag ich mal, gefickt haben jahrelang, Bruder, ich kann das nicht einfach so lassen und so tun, als wäre das alles nicht passiert und auch wenn ich mit mir im Reinen bin, das bin ich auch irgendwo, aber ich kann diese Ungerechtigkeit nicht im Raum stehen lassen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Es, das ist irgendwas in mir, es erlaubt mir das einfach nicht. Irgendwas in mir sagt, das kannst du so nicht liegen lassen, Bro. Da liegt dein Blut, verstehst du, was ich meine? Dein Blut liegt da, Bruder. Du kannst es nicht so stehen lassen. Diese Wichser haben eine Strafe verdient, egal wie, Bruder, das ist... Aber glaub mir, aber du, aber guck mal, ich fühl das genauso wie du, Bruder. Also ich fühl das gleiche, wie du fühlst, so. Ich hab das gleiche Feeling, Bro, aber dann... Und dann denk ich mir so, okay, bin ich jetzt derjenige, der diese Leute bestrafen sollte? Bin ich derjenige und ich glaub halt an Gott, Bruder, weißt du? Und ich sag mir bei solch, wenn ich merke, dass ich gerade wieder aus meiner Haut fahre oder merke, wie die Emotionen hochkommen und denke so, du musst jetzt... Du bist jetzt derjenige, der... Dann denk ich mir so, Gott ist doch oben, weißt du, wie ich meine? Glaub mir mal, jeder wird Konsequenzen für seine Taten bekommen. Jeder einzelne, so. Ob du was machst oder nicht, Bro. Ob du was sagst oder nicht, jeder, der was getan hat, was nicht korrekt ist, wird mit Konsequenzen rechnen müssen. Jeder, so. Ich bin genau an dem Punkt wie du. Ich bin auch, ne, ich sag auch so, ich sag zwar nicht, ey, Gott kümmert sich drum. Natürlich, es kümmert sich um alles. Ich sag, Gott, gib mir Kraft, damit ich diese Leute zur Rechenschaft ziehe. Also so ist so mein... Ab dem Punkt ist mein Gedanke dann so. Ich sag, Gott, gib mir die Kraft nochmal, um diese Leute anzugreifen. Ich weiß, Bro, ich bin einfach ehrlich. Weißt du, ich bin kein Lügner. Das ist gut, Bro. Ich könnte auch auf politisch korrekt machen und sagen, man muss vernünftig bleiben. Man muss... Bruder, ich scheiß drauf. Ich bitte Gott um die Kraft, um diese Leute zu zerstampfen, oder? Um sie genau dahin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören. So sehe ich das. Weil ich kann es einfach nicht... Weil ich sehe diese Wichser alle im Fernsehen, überall. Und kann sie... Bruder, es geht nicht rein bei mir. Weil irgendwas ist da... Es ist noch nicht fertig. Ja, okay, es gibt es jetzt schwarz auf weiß. Okay, gibt es jetzt, ja? Es ist schwarz auf weiß. Es war... Glaubst du nicht, die sehen das, Digga? Glaubst du nicht, die sehen das, Bro? Glaubst du nicht, die sehen das, die verdrängen das, Bruder? Glaubst du nicht, dass sie mit sich selbst schon so krass im Kampf sind, dass sie nicht mal einen anderen brauchen, der die bekämpft? Die bekämpfen sich quasi selbst. Glaubst du nicht, dass auch Gott in deren Köpfen ist, Digga? Und dass die nicht merken und fühlen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben und dass die falsch reagiert haben und diese ganzen Sachen so? Glaubst du wirklich, es braucht jemanden, der die darauf aufmerksam macht, Bruder? Ja, ja. Glaubst du nicht, dass die... Ja? Meinst du? Ich bin gerne derjenige. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich bin sehr, sehr gerne derjenige, der diese Leute konfrontiert und sie auch, sag ich mal, ja, verbal angreift. Also wenn ich hier von angreife, rede ich natürlich schon von verbal und so auf Content-Basis. Ähm, ich bin gerne derjenige, ich liebe, also ich würde, ich sag dir ehrlich, in diese Konfrontation geh ich mit Herz rein. Weißt du warum? Ey, also... Weil das Recht ist auf der Seite von mir, dir, von Menschen, die, sag ich mal, dafür gefickt worden sind, ja. Das Recht ist einfach auf unserer Seite und ich finde, ich kann, ich sag dir ehrlich, mein Gefühl sagt mir, das kannst du so nicht stehen lassen. Und das ist auch meiner Meinung nach vollkommen okay, dass du das Gefühl hast und, und, und dass du auch diese Konfrontation nicht vermeiden willst und ich bin ja auch so jemand, ich hab ja auch in letzter Zeit dann auch mal die ein oder anderen Diskussionen geführt hier auf Twitch und so mit anderen Leuten, die, äh, auch ganz anderer Meinung sind und so und ich lass mich auch auf diese Konfrontation ein, aber Bruder, weißt du, was ich gemerkt hab, wenn ich, wenn ich einfach in diesem Status bleibe, dass ich es nicht zulassen möchte, dass irgendein Mensch oder irgendeine Situation von außen meine Emotionen so beeinflusst, dass ich nicht mehr in meiner Mitte bin, so, ne? Und ich dann in diese Konfrontation reingehe und einfach da bleibe und mich von diesen Menschen nicht aus der Bahn werfen lasse und nicht da wegbringen lasse, so, dann ficken die sich selber, Bruder. Dann exposen die sich selber im Endeffekt, so, weißt du. Ich hab gemerkt für mich, wenn ich anfange in diesen Angriffsmodus reinzugehen, in diesen, oder in diesen Verteidigungsmodus und versuche mich recht zu fertigen oder andere irgendwie zu exposen oder irgendwie gegen die zu kämpfen und so, das, das passt auch nicht zu mir, Digga. Ich fühl das auch nicht mehr, das dann im Nachhinein reinzuziehen oder so, weißt du, wie ich meine. Ich hab gemerkt, wenn ich einfach da bleibe, wenn ich einfach bei mir bleibe, so, und auch nicht mich scheue vor dieser Konfrontation, auf die Sachen reagiere wie auf diese RKI-Files, mit Leuten mich unterhalte, die auch anderer Meinung sind und diese Konfrontationen nicht vermeide, aber trotzdem bei mir bleibe, so, dann ist das die richtige Antwort. Ich will in meiner Liebe bleiben, ich will in meiner Mitte bleiben, Bruder. Ich will keinen Hass haben gegen irgendjemanden, egal wie die mich gefickt haben, so. Weil wenn ich zulasse, dass ich Hass auf andere Menschen habe, lasse ich zu, dass andere Menschen, die mich hassen, meine Emotionen und meine Liebe kontrollieren können, wie ich gerade drauf bin oder nicht, so. Ich will doch nicht andere Leuten zulassen, dass andere Leute mich steuern können. Und was für Emotionen ich in mir trage, so, weißt du? Ich verstehe das so hundert Prozent. Ich betrachte die Dinge ähnlich, nur ab dem Punkt Hass und Liebe habe ich so eine andere Auffassung einfach, weil ich lebe in Koexistenz mit beiden, Bruder. Ich unterdrücke meinen Hass nicht, weil Hass, was heißt Hass? Das Böse in mir ist genauso existent wie das Gute in mir. Und wenn ich nur das Gute in mir zum Hervorschein bringe, ja, dann fehlt die Hälfte, Bruder. Und das Leben ist nun mal Tag und Nacht, groß und klein, stark und schwach, weißt du, was ich meine? Und ich kann die eine Seite nicht unterdrücken, weil dann habe ich einen Konflikt. Und das, stelle vor, deine rechte Hand steht für gut und deine linke Hand steht für böse. Und wenn du jetzt sagst, ey, ich will das Böse wegmachen, hast du nur noch eine Hand, Bruder. Das heißt, das Gute und das Böse muss im Balance, im Kontenanz miteinander agieren. Und ich versuche, diese Mitte für mich zu finden. Weil wenn wir von Mitte sprechen, Bruder, ja, weil wenn du sagst, ich möchte nur Liebe und Gut, dann ist das aber nicht die Mitte. Ich will in meiner Mitte bleiben, habe ich gesagt. Ich möchte nicht anderen Leuten erlauben, meine Emotionen zu steuern. Genau, da gehört aber Böse genauso dazu wie gut, Bruder. Ist so. Das ist ein Zusammenspiel aus beidem. Was du meinst ist, du möchtest nicht, dass das Böse überwiegt. Ja, oder dass andere Leute entscheiden, was gerade wirkt. Ich will der Herr von gut und böse in mir sein. Ah, okay, okay, ich verstehe. Du meinst, was dich triggert, was das auslösen kann. So, als wenn man Knöpfe bei dir drückt, so mäßig. So. Ja, das sowieso. Und ich habe gemerkt, bei mir auch, es geht nach hinten los, Digga, wenn das bei mir passiert. Es gibt Leute, die schon meinen, weißt du, du warst dabei, Bruder. Ja, ja, KuchenTV, der hat Knöpfe gedrückt, Bruder. So was würde nicht mehr passieren. Der könnte noch extremer reingehen. Und das liegt nur daran, weil ich angefangen habe, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen. Und diese beiden Facetten, die ich in mir trage, das Gute und das Böse, besser für mich in Einklang zu bringen. Und besser zu kontrollieren, im Endeffekt. So, weißt du, so. Und ich gebe dir recht, dass beides in uns wirkt und dass beides vorhanden ist, so. So, aber was ich auch gemerkt habe, ist, man darf, also je nachdem, wo du dein Leben gerne haben möchtest, so, kannst du auch selber ein bisschen so entscheiden, welchem du auch mehr Raum gibst oder welchem du mehr wirken lässt, so. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, ich habe gemerkt, wenn ich dunkle Seiten in mir fütter oder denen mehr Raum gebe, so, dann können die auch mehr aus mir rauskommen, so, weißt du? Wenn ich mich aber darauf konzentriere, dem Guten in mir mehr Raum zu geben und da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, habe ich auch gemerkt, dann wird das Böse in dir auch kleiner, so. Ich glaube schon, dass wir da einen Einfluss drauf nehmen können, so, weißt du, wie ich meine? Und da so ein bisschen schauen können, dass wir versuchen, einer hat mal beschrieben, du hast so zwei Wölfe in dir und es kommt darauf an, wen du fütterst, je nachdem, der wird dann stärker, so, weißt du? Und wenn du den weißen Wolf mehr fütterst, hat der Überhand. Wenn du den dunklen Wolf mehr fütterst, hat der Überhand. Ich glaube, da haben wir schon einen Einfluss drauf, so ein bisschen. Absolut, absolut. Absolut. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nur Böses möchte oder so, aber ich finde gerade in so einer Gesellschaft oder in so einer Welt, wo es auch wichtig ist, dass du mal auf den Tisch haust, darf man nicht nur mit Liebe und mit, ich möchte keine Konflikte und so. Bruder, dann bist du gefickt, Alter. Seien wir mal ehrlich, so. Wenn du nur so auf Happiness und so bist, klar, Bruder, jeder will ein friedliches Leben, aber ich sage immer, ich vermeide Konflikte, so gut es geht, aber wenn ich in einem Konflikt bin, dann scheue ich das nicht. Also, dann habe ich da, dann gehe ich da einfach rein. Und ich finde, die gesunde Mitte ist zwischen gut und böse. Und gerade bei diesem Thema, wo ich sage, es juckt mir in den Fingern anzugreifen, verbal, dann ist das nicht der Dummkopf in mir, sondern das ist doch irgendwo, genau um diese Dings wieder herzustellen. Diese Gerechtigkeit, weißt du, wie ich meine? Die Waage ist nicht im Lot. Ja, Bruder, die Waage ist immer noch nicht im Lot. So, und auch wenn jetzt diese Files draußen sind, Bruder, im Mainstream schweigt das tot, die machen zwei Minuten, die machen einen Zwei-Minuten-Bericht im WDR, Bruder, wo kaum darüber geredet wird, weißt du? Und da muss man sich selber irgendwie dafür stark machen die ganze Zeit. Und die probieren das die ganze Zeit runterzureden, die versuchen das zu relativieren, versuchen das wieder zu verharmlosen. So, Bruder, was da drin steht, ist nicht normal. Dieser Drosten, dieser Drosten hat bewusst wissenschaftliche Ergebnisse. Unterdrückt, Bruder, ja. Unterdrückt, nicht an die Regierung gebracht, weil das dann nicht deren Dings entsprach, deren Politik. Bruder, das ist nur ein Ding und diese Protokolle sind 4000 Seiten. Bruder, auch mit den Kindern und so, mit den Kindern, was da noch kommt. Bro, ich schicke dir mal diese Pressekonferenz zu. Die muss ich mir reinziehen, im Stream. Die musst du dir reinziehen. Und die Dokumente kannst du dir auch runterladen. Ich werde auch einen Stream machen, wo ich Dokumente reinziehe und dann so Wörter eingebe und danach suche. Erpressung, Zwang, Lug, Betrug. Was war da alles im Spiel? Gewalt. Boah, Alter, was ging da los, Alter? Ich finde das halt voll interessant, gerade was wir reden, wie wir denken, wie wir damit umgehen und was so die beste Umgangsweise ist. Ich finde das mega interessant, auch diese zwei verschiedenen Perspektiven, die wir beide so ein bisschen draufbringen. Weil ich glaube, dieses Feeling, also so wie du dich gerade fühlst oder so wie ich mich gerade fühle, das haben auch viele gerade die Zuschauer, weißt du? Gerade die vielleicht auch gelitten haben durch die Zeit und ungeimpft sind und jetzt nicht wissen, wie die darauf reagieren sollen, weißt du? Und wie die in Konfrontationen reingehen sollen, nicht in Konfrontationen reingehen sollen. Wie die damit umgehen sollen im Endeffekt, weißt du? Und ich verstehe deine Herangehensweise und ich verstehe auch, dass du aufgebracht bist und dass du auch, dass du sagst, ey, da will ich mir auch Luft machen, so, Digga. Ich will das den Leuten auch genau so sagen, wie es ist, Digga, und ich halte mich da dann auch nicht zurück, weißt du? Ich scheue da auch nicht vor Konfrontationen und so. Ich kann das verstehen, Bruder. Ich kann das schon verstehen, Bruder. Aber ich kann auch dich verstehen, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil so, das war damals ein bisschen so, ne? Das hat so hart gedrückt. Verstehe ich auch, Bruder, sage ich dir ehrlich. Bei mir ist es halt wirklich so, und das sage ich wirklich von ganzem Herzen, Bro, ich bin halt ein anderer Mensch geworden, so, weißt du? Ich kann mir das alles reinziehen und ich werde mir das auch weiterhin reinziehen, ne? Ich ziehe mir die ganzen Pressekonferenzen rein, ich ziehe mir die ganzen LKI-Dokumente rein, ich ziehe mir Videos dazu rein und so. Was ich einfach nur gemerkt habe, Kianos, ist, dass ich selber als Mensch diesen Trigger nicht mehr habe, Bro. Ich habe diesen, ich habe diesen, ich habe das zwar noch, ich merke, wie das hochkommt, aber ich kann das kontrollieren. Und das liegt, glaube ich, auch an Meditation, an Beten, an diese ganzen Sachen, die ich mache und Natur-Connection, dies, das. Was? Ich habe mich besser unter Kontrolle, so, weißt du? Ich lasse mich von solchen Sachen nicht mehr so extrem triggern, die im Außen passieren. Weil ich am Ende verstanden habe, so, es wird noch viel mehr passieren, es können so viele Sachen passieren. Am Ende geht es eigentlich nur darum, was passiert in dir, so. Und da musst du der Master drüber werden, das ist so die Challenge im Leben, meiner Meinung nach, weißt du? Das ist auf jeden Fall richtig, also da gebe ich dir 100% die Punkte. Genau darum geht es nämlich, ne? Weil du selber, was in dir abgeht, bestimmt auch, wie deine Welt ist, ne? Dein Weltbild, wie du denkst, wie du fühlst. Und das bestimmt ja quasi deine Realität. Und wenn du im Innern zerrüttelt, kaputt, aggressiv, enttäuscht und so bist, dann bildest du auch so deine Realität und dein Weltbild nach außen. Du polizierst das ja. Und da hast du vollkommen recht, Bruder. Ich sage dir ehrlich, ich lasse mich oft leiten von Emotionen, weil ich habe irgendwann aufgegeben dieses, du musst dich kontrollieren, du musst dich zusammenreißen, du darfst nicht, dass deine Emotionen überhand gewinnen. Bruder, irgendwann, ich hatte keine Lust mehr auf diesen Scheiß. Und seitdem ich meine Emotionen mal freien Lauf lasse, ich fühle mich danach einfach tausendmal besser. Das ist halt auch, also unterdrücken ist auch nicht die richtige Variante, so. Weil bei mir, ich unterdrücke das auch nicht, ich habe das auch früher mal gemacht. Und da sage ich dir ehrlich, zu diesen Zeiten, wo wir unseren Talk hatten, ne? Mit KuchenTV und so. Da war ich, da war das bei mir genau so. Da wollte ich eigentlich unterdrücken. Und dann haben mich aber Leute getriggert. Und dann ist es voll rausgesprüht und so. Ich war gar nicht in meiner Mitte. Ich war gar nicht im Einklang mit irgendwas, so. Weißt du, ich war wie so ein Ball, Alter. Ja, klar. Du musst das schon fühlen, so. Weißt du, bei mir ist es so, ich fühle das, ich unterdrücke das nicht. Sondern ich reagiere anders einfach drauf, weißt du. Wenn so Emotionen in mir hochkommen, ich gehe damit anders um. Du lässt es anders raus einfach. So. Kontrollierter. Nicht, du versuchst das wegzumachen, sondern du kontrollierst es einfach. Wenn es rauskommt, jetzt guck mal, ganz, ganz komisches Beispiel. Vielleicht lachen einige. Es ist wie ein Furz. Kennst du? Nein, nein, du weißt, was ich meine, oder? Voll. Ich glaube, das ist... Ihr seid irgendwo und du musst pupsen, weil du hast Bauchschmerzen. Du willst diesen Pups entweichen lassen, ohne dass der Geräusche macht. Das ist anstrengend, Bruder, aber so. Wie machst du das, Digga? Jetzt ist es voll off-topic so, ne? Aber ich zum Beispiel, ich struggle voll damit. Ich habe jetzt auch, ich habe gerade wieder so, ich habe ein Mädel gerade, die ich gerade kennenlerne und so, weißt du, wie ich meine? Die hat dann letztens bei mir gepennt, die ist das. Bruder, ich habe immer Bauchschmerzen nächsten Tag. Immer. Wie, wie, warte, 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 wo sind wir jetzt gerade? Was? Was? Ach, wegen einem Furz? Ja, weil ich nicht furzen kann, Digga. Furz doch einfach. Wer kennt das, Digga? Nee, ich weiß nicht, Bro. Aber du musst ihn kontrollieren, Bruder, wie deine Emotionen. So langsam rauslassen, ne? Ja. Aber du weißt doch, manchmal kannst du das nicht kontrollieren, ob der mit Ton kommt, nicht mit Ton kommt und dann bist du gefickt, Bruder. Ja, da weiß ich auch nicht. Ich bin kein Experte darin, aber Bruder, keine Ahnung, lass einfach raus. Alter, oder halt dir die Ohren zu oder so, mach, tu so, als wenn du irgendwie einen Trick machst, halt dir so die Ohren zu oder keiner macht Musik laut. Irgendwie so, gell? Scheiße, wir sind abgeschweift, Bro. Lass uns mal bei dem Thema vorher bleiben, Bruder. Das wäre gar nicht lustig, Bruder. Ja, aber nein, klar, dieses Kontrollieren ist halt so eine Sache, die... Machst du aktiv? Hä? Du bist ja auch jemand, der so... Du hast doch auch früher mal erzählt, dass du auch meditiert hast und mit Frequenzen und diese ganzen Sachen und so. Machst du sowas regelmäßig? Nein, nein. So Augen zu und einfach in der Stille sein so? Nein, nein, nein. Ich mach das immer dann, wenn ich oder wenn mein Unterbewusstsein mir es vorschlägt. Ich hab immer so, ich hab gelernt mit meinem Unterbewusstsein so ein bisschen cooler zu werden und hab da so einen besseren Bezug zugefunden. Der schlägt mir Dinge vor, Bruder. Der ist wie so eine Lymphast-Säule, stelle ich mir so vor, so vor meinen Augen. Und immer wieder schlägt er mir Dinge vor. Zum Beispiel kreative Dinge schlägt er mir oft vor. Sowas wie, genau, ey, hast du nicht Bock heute auf Musik? Und dann denke ich mir dann in dem Moment so, nee, nee, irgendwie nicht. Oder wenn er sagt so, hey, es wäre mal wieder Zeit zum Sport zu gehen. Dann denke ich mir, ja, Mann, du hast recht. Dann gehe ich zum Sport zum Beispiel. Das heißt, er schlägt mir immer Dinge vor. Und manchmal schlägt er mir auch vor. Ja, genau, manchmal schlägt er mir einfach vor, so aus dem Gefühl heraus. Weil ich hab gemerkt, dass mein Unterbewusstsein weiß, was ich brauche. Zum Beispiel, wenn er sagt, hör auf jetzt zu essen heute. Ess heute gar nichts mehr. Dann hör ich auf ihn, Bruder. Egal, was mein Kopf mir sagt oder meine Geschmacksknospen mir vorgaukeln. Ich hör auf ihn. Und wenn er mir sagt, es ist Zeit zu medizieren, du musst dich beruhigen, Bruder. Du musst heute mal ruhig sein. Mach heute mal gar nichts. Kein Stream, kein nix, keine Mucke. Einfach chillen und nichts machen. Dann hör ich auf ihn. Und wenn er zu mir sagt, leg dich jetzt einfach auf den Boden und roh dich aus, dann hör ich auf ihn. Und ich sag dir ehrlich, egal wie beknackt das klingt, aber seitdem fühle ich mich besser. Ich hab dieses Druckgefühl nicht. Das ist ein Zwang nicht mehr so, dieses so, ich muss jetzt, ich muss, ich muss, ich muss. Gar nicht mehr. Dieses, ich muss, um etwas abzuhaken. Allein Sport. Dieses, ich muss zum Sport. Ich mag das nicht, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Jetzt kann man sagen, ja, aber das ist Disziplin. Okay, dann zwinge ich mir etwas auf. Okay, dann zwinge ich mir das auf. Ich mach das. Es funktioniert. Aber ich fühle mich trotzdem nicht gut, weil ich gerade etwas tun muss. Und auch mit Musik. Du musst jetzt ein Album machen. Bruder, ich fühle das nicht. Wenn das schon so anfängt. Bei so kreativen Prozessen bin ich auch voll bei dir, Digga. Da kann es sein, dass da gar nichts entsteht, Digga. Weißt du, ich meine, da kannst du gar nichts machen. Bei mir ist halt, ich bin schon so ein Disziplinen-Guy. Und bei mir ist auch, also ich bin schon so überdiszipliniert gewesen. Teilweise in ein paar Hinsichten so. Dass ich auch gemerkt habe, wie das dann einen negativen Effekt auf mich hat. So, weißt du. Das Ding ist halt, ich glaube, viele Leute, wenn die halt so durch. Erstens ist es wichtig, dann halt einen richtig guten Zugang zu sich und seinem Bauchgefühl zu haben. Wie das bei dir anscheinend ist so. Dass du auch wirklich auf dein Bauchgefühl hören kannst und nicht auf den Schweinehund eventuell. Weil der Bastard redet auch die ganze Zeit und sagt, Bruder, chill mal lieber heute. Lass mal nicht trainieren gehen. Lass mal nicht dies machen. Lass mal nicht das machen. Ich glaube, viele, wenn die nur darauf fahren würden, würden halt nichts mehr auf die Kette kriegen. Gewisse Disziplin ist, glaube ich, schon wichtig, weißt du. Gerade bei Sachen, die. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, wenn es zum Thema Meditation geht. Das fällt mir sogar viel schwerer, da diszipliniert zu sein wie Sport machen. Ich habe gemerkt, dass dieses Meditieren, sich hinzusetzen und nichts zu machen. Dass unser Körper und unser Verstand und alles so sich dagegen strebt. Weil wir es halt gewöhnt sind, immer irgendwie was am Laufen zu haben. Und immer irgendwie Eindrücke zu bekommen und so einfach sitzen, Augen zu machen. Hä? The fuck, bro? Weißt du, ich habe gemerkt, wie das richtig so schwierig ist für mich, das regelmäßig zu machen. So, dass ich mir das, ich musste mir das durch Disziplin aneignen. Dass ich sage, okay, ich habe gewisse Rituale. Ich habe halt gewisse Rituale, die mache ich jeden Tag, egal was ist. Was denn zum Beispiel? Ich bete jeden Tag. Ich meditiere jeden Tag. Wie? Und ich mache jeden Tag Yoga. Also, darf ich fragen, wie betest du? Also, ich bete einmal vor jeder Mahlzeit. So in deinem Kopf einfach oder fühlst du irgendwelche Bewegungen aus oder wie machst du das? Ich mache meine Hände auf neben dem Essen, so. Und bedanke mich halt in erster Linie beim Essen. Bete manchmal auch für Menschen, die gerade nichts zu essen haben und so. Weißt du? Versuche mich halt darauf zu konzentrieren, diese Dankbarkeit für das Essen zu haben, dass ich essen darf. Weißt du? Morgens mache ich das Gleiche, nur halt mit Leben. Weißt du? Dass ich wieder atmen darf, dass meine Sinne funktionieren, dass mein Herz schlägt, dass ich Luft einatmen darf, meine Lunge, dies, das, bla, bla, bla. Dankbarkeit im Endeffekt, so. Meditation ist halt anders bei mir. Da zum Beispiel gibt es drei verschiedene Arten. Manchmal mache ich das mit geführter Meditation. Da redet jemand, so. Manchmal nur mit Frequenzen und manchmal halt in kompletter Stille, so. Gar keinen Einfluss von nichts und einfach nur versuchen, alles in sich wahrzunehmen, so. Weißt du? Und das sind halt Rituale. Das mache ich halt. Ich mache das halt jeden Tag, so. Weißt du? Egal, wie krank ich bin, egal, was passiert im Leben, egal, was nicht. Ich habe gemerkt, mir tut es gut, so eine gewisse Routine zu haben bei diesen Sachen. Weil dann, ja, dann stelle ich mir gar nicht erst die Frage, soll ich, soll ich nicht, sondern ich mache einfach. Weißt du? Ich stehe auf und mache einfach. Das gehört zu meinem Leben mit dazu, so. Weißt du? Ja, einfach zum Ablauf, meinst du? Ja, so. Ey, zockst du eigentlich manchmal so Spiele oder sowas? Also, Gaming, mit Gaming hast du nichts zu tun? Doch, 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 doch. Abends wieder jetzt ab und zu ein, zwei Runden Mario Kart. Okay, on Stream auch oder so privat mit Freunden? Nein, nur privat. Äh, Ding zu Hause, für mich alleine meistens so. Hast du so Kollegen, die dich manchmal besuchen da in Mexiko oder bist du so alleine die ganze Zeit da? Ich bin schon so ein Wolf, Digga. Also, ich bin schon sehr viel alleine. Sehr, sehr, sehr viel alleine. Aber ich habe Möglichkeit, also, ich habe hier so zwei, drei Kollegen auf jeden Fall. Wenn ich will, kann ich mich auf jeden Fall mit jemandem treffen, so. Weißt du? So, aber ich bin den letzten, so seit, nach diesem Corona-Thema und so, ich bin schon sehr, sehr viel alleine. Ich bin immer noch in dieser Phase, so, wo ich merke, irgendwie habe ich doch das Gefühl, ich muss viel alleine sein, so. Weißt du? So. So, ich lerne mich halt gerade eigentlich das erste Mal so richtig selbst kennen. Weißt du? Mhm. Krass, Alter. Also, so abge... Ja, kann man ja schon fast abgekapselt sagen, ne? Das Ding ist halt, hier in Mexiko ist halt was anderes, ne? Weil hier ist es halt so, ich fahre an den Beach, Bro. Ich fahre an den Beach und dann treffe ich Menschen. Also, ich gehe fast nie raus, ohne jemanden kennenzulernen, so. Weißt du? Ich lerne jedes Mal jemanden kennen. Und oft sind es random Menschen und dann hat man tiefe Gespräche und dann, der kommt aus, was weiß ich, aus Argentinien oder aus Kolumbien oder aus was auch immer und dann redet man einfach. Und das Geile bei den Menschen hier ist, die sind halt alle sehr, sehr bewusst, weißt du? Damals zu Corona und so, wir haben alle dasselbe Mindset, mehr oder weniger, so. Weißt du? Man kann sich mit denen unterhalten und ich habe hier teilweise Gespräche mit Leuten random, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe. Zwei Stunden am Beach. Die hatte ich nicht mit zehnjährigen Freunden, Bruder. Weißt du? Gibst du denn noch Freunde aus Deutschland, mit denen du so zu tun hast? Ja, ja. Sagen die nicht sowas wie, ey, Bruder, wann kommst du zurück, wir vermissen dich hier oder so? Nee, nee. Die echten wahren Freunde, also die, die ich noch habe, so, die sagen, Bro, ich will auch weg. Ja, ne? Ja, ja. Vermisst du irgendwas in Deutschland? Ja, Familie. Ich meine jetzt außerhalb von Familie, ist ja klar, ist eine Entfernung. Ich meine außerhalb von diesen Sachen, gibt es da irgendwas, was du vermisst? So was, was ich, irgendeine Straße, irgendein Lokal oder irgendeine Tätigkeit? Nein, nein, nein. Manchmal so halt, ist halt, man ist halt immer noch Deutscher so, ne? Döner? Nee, nee, Digga. Wenn ich hier Deutsche treffe, merke ich, dieses Quatschen mit Deutschen ist schon cool, Digga. Deswegen finde ich auch diesen Stream so geil, Discord, dass wir jetzt hier quatschen können und so, das gibt mir dann wieder so ein bisschen deutsche Vibes. Das ist geil, Bro, wir sind ein Land geboren, wir sind so selbe, wir haben dieselben Frequenzen so ein bisschen, weißt du, mit Deutschen, so. Du sprichst ja Englisch, wa, mit den Leuten? Ja, ja. Kannst du Spanisch ein bisschen? Ich habe jetzt erstmal mein Englisch perfektioniert, Bruder. Ich will auch einen neuen Kanal machen, einen englischen Kanal machen jetzt bald. Ah, okay. Ja, und dann auch, jetzt als nächstes, wer dann Spanisch lernt, Bro, auf jeden Fall. Stark, Alter, du hast auf jeden Fall was vor. Wie sieht es denn so in Zukunft bei dir aus, so, was geht so, so Content-mäßig? Hast du wieder irgendwas geplant anzugreifen auf YouTube-Ebene, so auf großer Fläche? Ja, mein Englisch. Also weg von diesem deutschen Kram, so, ne? Nicht weg, nee, nee. Also ich habe gemerkt, was ich hier jetzt gerade mache, diese Stream, Discord-Talks, Reactions und so, das werde ich auf jeden Fall weitermachen auf Deutsch, so, weißt du? Aber ich will parallel dazu einfach auch einen Kanal aufmachen mit englischem Content, so. Wo ich auch einfach Talks mache. Ich kenne hier viele interessante Menschen in Tulum. Einfach so Interviews-mäßig, weißt du, so Comments-Café-mäßig auf Englisch. Reactions und eventuell hier und da ein paar Straßenumfragen. Einfach auf Englisch, so, weißt du? Das ist so... Das ist größer auf jeden Fall. Potenzial ist da, Bruder, weißt du? Englischsprachigen Raum. Mal gucken, mal gucken. Man stellt sich das halt auch einfacher vor, als man denkt, ich habe ein paar englische Videos auf meinen Hauptkanal hochgeladen, habe gemerkt, Bruder, das kannst du auch nicht einfach so machen, Digga, weißt du? So, dann habe ich mich ein bisschen informiert, so. Ja, ja. Man muss schon gucken, man muss eine langsam, langsam englischsprachige Community aufbauen. Du musst vielleicht einen neuen Kanal dafür machen, oder? Benutzt du deinen? Ja, genau. Nee, nee, ich habe gemerkt, das macht meinen Kanal kaputt, wenn ich jetzt einfach englischen Content auf dem deutschen Kanal hochlade, so. Die Deutschen sind abgefuckt und die Leute, die neu kommen, die englisch Content sehen wollen, sind auch abgefuckt, so, weißt du? Macht keinen Sinn, Bruder. Ja, es bringt das durcheinander, so, ne? Voll. Was geht bei dir, Bruder? Ich habe gesehen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ich fand das geil, Bruder. Ich habe deine Talks gesehen mit den großen Streamern in Deutschland, so, mit diesem einen Typen, wie heißt der, Eli oder so, hat auch krass viele Zuschauer, die fangen langsam an, in unsere Welt reinzukommen langsam, Step by Step, ne? Und dann haben die dich auch eingeladen, Digga, habe ich gefühlt, ne? Also, ja, also ich sage mal so, so wie ich das wahrgenommen habe, sind das natürlich in erster Linie alles coole Jungs, ne? Und, ähm, ich denke, die sind außerhalb des Streams selber mit solchen Themen auch beschäftigt, teilweise. Jetzt nicht so krass, aber die haben selber schon, ne? Ich meine, jeder hat ein Handy in der Hand und alleine, wenn du einmal durch TikTok scrollst, siehst du schon tausend Theorien. Aber, dass die das so gerade so ein bisschen machen, liegt, glaube ich, eher daran, dass sie das als Content machen. Also, es dient jetzt nicht irgendwie der Aufklärung oder so, die nehmen das jetzt nicht so auf ernste Schippe, die machen da eher so Content draus, weil die Themen einfach interessant sind, weißt du? Aber, auch wenn man das so als Content verarbeitet und das so eher so als Belustigung oder als Entertainment-Paket verpackt, kommst du nicht drumherum, dass da trotzdem irgendwelche Dinge sind, die so einen Mehrwert haben oder so, weißt du? Kommst du einfach nicht drumherum. Und das alleine ist ja schon geil. Ja, ich glaube, das wird bei denen auch was verändern, weißt du? Die werden auch sich dann den Stream ausmachen und werden sich auch die ein oder anderen Themen nochmal genauer anschauen und so. Und so wird es dann eventuell auch dann irgendwann, zumindest im Privatleben, bei denen ernsthafter werden. Und auch andere Leute werden damit konfrontiert, auch wenn das Entertainment ist, Bro. Am Ende des Tages ist es halt gut, dass Leute anfangen, über Dinge zu reden, über die man sich früher nicht getraut hat zu reden oder was tabu ist oder über was man nicht reden darf. Selbst wenn die das jetzt ins Lächerliche reinziehen, hat das trotzdem im Endeffekt, glaube ich... Ja, was heißt ins Lächerliche, Bruder? Also, die sind ja nicht, die lachen ja nicht so, wie soll ich das sagen, die ziehen das ja jetzt nicht irgendwie ins Lächerliche im Sinne von, haha, du Idiot, haha, wie kann man sowas glauben oder so. Das wäre, finde ich, ins Lächerliche. Wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, was die so von sich geben manchmal, ne? Bro, bro, teilweise sind die tiefer drin als ich. Wollte ich gerade sagen. Also wirklich, ne? Also teilweise sagen die Sachen, wo ich selber denke, so what the fuck. Das ist so, dann merkt man so, ey, die beschäftigen sich selber damit. Intensiv sogar. Der eine mehr, der andere weniger. Aber, ne? Man kann ja selber sein Bild zeichnen von der Öffentlichkeit und du weißt, die Öffentlichkeit ist mega sensibel und die achten halt drauf, wie die Öffentlichkeit tickt, dass sie nicht zu viel reden, die überspielen ihre, guck mal, hier sagt zum Beispiel jemand was Gutes, die überspielen ihre Ernsthaftigkeit mit Humor, damit halt ihre Partner nicht denken, meint der das ernst, dass man immer diesen Fluchtweg hat, um zu sagen, hä, das meinte ich doch gar nicht so. Ja, weiß, was ich meine, so, man spielt damit und, ähm, wenn gewisse Themen auf den Tisch kamen, hat man halt gemerkt, dass der eine oder andere da doch schon ein bisschen tiefer drin ist, als man glaubt. Das macht's aber auch wieder sympathisch. Zum Beispiel der Edis, Digga, was hat der denn für Sachen rausgekommen? Der manchmal auspackt, Bruder, das ist crazy. Ich glaub, wenn Edis mal die Maske fallen lässt, auch an unsere Leute hier, wenn er einmal die Maske fallen lässt und sagt, komm, heute mach ich einen Kamikaze-Stream mit Kianos und zeig alles, was ich weiß, ich glaub, danach sieht man den nicht mehr so, wie der vorher war, Bruder. Sei mal ehrlich jetzt, ne? Der ist wild. Was denkst du, was denkst du, was passiert? Weil ich weiß nicht, Bro, wenn die jetzt, sagen wir mal, der würde ähnliche Sachen auspacken, die wir auch manchmal ausgepackt haben oder in der Vergangenheit mal ausgepackt haben und so, meinst du, die Reaktion von der Öffentlichkeit wäre immer noch dieselbe, wie bei den Leuten damals, die zum ersten Mal solche Sachen auf Mainstream-Ebene angesprochen haben? Oder glaubst du, dass vielleicht auch sogar eigentlich gar nicht wirklich was passieren würde, Digga? Also, wir sind das schon angekommen. Ja, man sagt ja immer, der Ton macht die Musik und es geht auch immer darum, wie bringst du Themen, was für Wörter benutzt du, was für eine Mimikgestik hast du, was für eine Ausstrahlung bringst du mit, wer bist du überhaupt, was für einen Background hast du, hast du eine History, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt und, 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 und. Das spielt alles eine Rolle, wie das in die Öffentlichkeit kommt und wie die Leute das annehmen. Wenn zum Beispiel ein Edis, der eher so als der Lustige bekannt ist, obwohl man weiß, dass der Typ eigentlich super intelligent ist und auch eine sehr ernste Seite an sich hat, wenn er das unter dem Deckmantel des Spaßes bringt, dann denke ich, wird die Öffentlichkeit, auch wenn er Themen bringt wie flache Erde und so, hat der ja sogar. Weißt du, das würde man niemals so übel nehmen wie zum Beispiel mir, weil man ja von mir denkt, du bist ein ernster Typ und was ich zum Beispiel sage, will man ja auch ernst nehmen und wenn ich jetzt darüber rede, wird es ganz anders gewertet, als wenn jemand das sagt, der eigentlich nur für lustige Talks zuständig ist, weißt du? Und das ist, glaube ich, entscheidend dafür, wie Dinge gewertet werden von der Öffentlichkeit. Ich habe auch oft gehört, so Bruder, du bist so krasser Rapper, du bist im Game, du zerfetzt alles, wie kannst du sowas von dir geben, das macht das ganze Bild kaputt und so, weißt du, man hat, dann musst du das erstmal checken und ich denke, wenn jemand mit Humor an die Sache geht, wird dir niemand böse sein, weißt du? Und jemand, der halt ein ernster Typ ist und über sowas redet, dann wird das natürlich sofort auf die Goldwaage gelegt. Bei mir ist das zum Beispiel der Fall gewesen, bis ich selber gemerkt habe, ich muss anfangen oder ich muss lernen, auch über mich selber lachen zu können, weißt du, wie ich meine? Weil dann kann dir diese Sache gar nichts mehr, so wie es ja momentan noch ist und das ist halt auch irgendwo der Schlüsselpunkt oder der Knackpunkt, da musst du auch anfangen, so mal über die Dinge zu stehen und nicht zu sagen, oh mein Gott, ich versuche hier den überseriösen Professor raushängen zu lassen und wenn du mal anfängst, Scheiße zu labern, dann bricht das alles über dich hinein. Deswegen habe ich auch angefangen, über mich selber auch lachen zu können, wenn ich mal Scheiße laber, so. Ich bin nicht allwissend, Digga, nur weil ich mich mit Themen befasse, die unfassbar interessant sind, wovon ich aber nicht so viel Ahnung habe. Auch mit deinem Aboton zum Beispiel, das zeigt dir auch, weißt du, ich habe mies recherchiert, das ist ja auch so, du nimmst es ja selber, spielst damit, Digga, weißt du? Genau, ich habe irgendwann angefangen, auch daraus einfach ein Content zu kreieren, anstatt mich dagegen zu wehren, so, weißt du? So, Digga, dann mach einfach daraus ein geiles Ding, ja, fertig und gut ist. Und ich glaube, das, was du sagst, hat sehr viel damit zu tun, wie man das sagt, wie man damit umgeht, wie man die Themen präsentiert und so, aber ich glaube auch, also ich glaube schon, dass es halt auch so ist, dass umso mehr diese Themen angesprochen werden, umso öfter diese Themen schon gehört wurden von Leuten, umso weniger schockierend ist es dann im Endeffekt auch noch so, weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube schon, dass wenn jetzt zum Beispiel diese Sache, wenn wir jetzt nicht damals schon vor vier, fünf Jahren diese Talks gemacht hätten und darüber geredet hätten und dies, das, bla, bla, bla und die Jungs dann anfangen würden, das erste Mal auf so einem Mainstream-Ding über sowas zu reden, wäre schon auch, glaube ich, mehr Schocksituation für die Leute und so teilweise, weißt du? Safe. Mittlerweile, die reden darüber, die nehmen ja schon deine Sprüche, haben die ja schon im ersten Talk mit reingenommen, mit mies recherchiert, wenn einer sagt, ich habe recherchiert und so, jeder denkt direkt an dich so, weißt du, wie ich meine? Ja, ist ein kleiner Aufhänger, da muss man mit spielen, weißt du, man darf nicht zu ernst an die Sache gehen, weil dann verbaust du dir sowieso alles und gerade in Deutschland funktioniert ja alles über Humor, auch wenn du ernste Themen auf großer Bühne bringen willst, musst du das mit Humor machen, sonst ist es teilweise manchmal einfach too much für die Leute, weißt du? Ist doch. Ja, Mann. Geil, Bro. Nice. Feier ich, Mann. Einfach spontan hier mit Leon Lovelock im Stream, haben schon lange, auch, du hast mich auch gefragt, schon lange her, meinst du, ey Bruder, wann machen wir mal wieder einen Talk, siehst du, ist einfach spontan zustande gekommen, warum denn nicht, Alter? Besser so, besser so sogar, finde ich, auf spontan. Ich hatte gerade mit dem Alexander Stier geredet, ich habe den Talk kurz unterbrochen mit ihm, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, haben die Leute mir in meinem Chat geschrieben, ich habe auch gesagt, voll unangenehm, dass er jetzt einen Talk extra wegen mir abbrechen muss, Bruder, ist mir sehr unangenehm. Nee, 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 das war, habe ich vorher schon gesagt, ich so, eigentlich mit Keanu schon ausgemacht, kurz rein, wenn der sich meldet, dann machen wir später weiter oder nächstes Mal, so, ist so. Alles gut, Bro, alles gut. Ja, nice. Ey, Leon, ich verfolge dich sowieso, ich gucke immer ab und zu, was du so machst, du bist immer nach wie vor ein interessanter Dude, Alter, du machst geile Sachen, Bruder, und mach einfach dein Ding weiter, lass dich nicht ärgern von irgendwas, irgendwen, du hast ein sehr stabiles Mindset aufgebaut gerade, ich bin angriffslustig momentan, ich weiß auch nicht warum, Bruder, ich habe irgendwie so Rache gelöst, ich weiß nicht, Bruder, ich bin einfach ehrlich, weißt du, ich kann auch das für mich behalten, aber ich habe irgendwie Bock da verbal in den Krieg zu marschieren, Bruder. Bro, mach wie du fühlst, Digga, weißt du, wie ich meine? Ich mache das für uns, ich hole uns unser Blut wieder, was auf dem Boden liegt, ich wische das wieder auf. Ein echter Desperado lässt niemals sein Blut liegen, Hermann, und vergiss das nicht. Ich küsste, aber übertreib dich, Bruder. Ach, Quatsch, Bruder, einfach verbal ein bisschen rumballern. Ich habe ein, zwei, ich sage dir ehrlich, Bruder, kann ich ehrlich, ich habe ein, zwei Sachen gesehen, Bruder, wo du auch so ein bisschen verbal Argumentationen hattest, mit Leuten oder Videos gemacht hast und so, ne, wo ich so dachte so, aber ey, das bin nur ich, Bruder, weißt du, ich, 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 ich habe dich halt in meinem Kopf als bestimmten Mensch so, und irgendwie habe ich es nicht gefühlt gehabt, so, weißt du, wenn du dann anfängst, so, andere zu versuchen, Hops zu nehmen und so, diese, so, diese Moves zu machen, was diese anderen Jungs im Internet die ganze Zeit machen, so, denke ich mir so, ne, Digga, Keanu ist eigentlich größer als das, Digga, weißt du? Aber was meinst du genau? Also, was genau? Ich weiß nicht genau, was das war, Bruder, das war so ein Video, ich glaube, irgendwas mit, irgendwas Unnötiges, Bro. Ey, es wird, ne, es wird mich interessieren, dass, ich will das vor Augen haben. Ich glaube, mit Bösemann oder, mit Bösemann oder so. Ach so, Bruder, hör auf, das war, ich habe auch, ja, ja, lass mal, das ist Toxisch, Bruder. Da dachte ich mir so, Bro, der Keanu ist das nicht, Digga, weißt du, ich meine, du bist eigentlich, du bist da drüber, Bruder. Ja, das ist voll ekelhaft, ich werde mich niemals, kann ich dir auch offen und ehrlich sagen, habe ich auch letztens mit meiner Community besprochen, ich habe mich auch bei der Community entschuldigt, bei meiner Community, dass ich überhaupt in solche Gossip-Themen gegangen bin, Bruder, das war voll cringe und peinlich und ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb, was mich getrieben hat, ich scheiße auf sowas, Bruder, ich will mit sowas nichts zu tun haben, ich habe es auch nicht gefühlt im Nachhinein. Ähm, da bin ich ins Fettnäpfchen getreten, glaube ich und du hast schon, dein Instinkt war richtig, also das war nicht korrekt, das ist auch nicht so meine Art, das war auch nicht authentisch, weißt du, was ich meine? Ja, das meine ich. Das war voll so, als müsste ich jetzt irgendwie da angreifen oder so. Ja, weil der hat halt PA angegriffen, weil PA meinte, der ist der schlechteste Rapper Deutschlands und dann haben meine Leute gesagt, ey, guck mal, der ist PA und so und ich habe mir das eigentlich schon deswegen angeguckt, weil ich hören wollte, was er so zu PA sagt und dann irgendwann, Bruder, habe ich mich hinreißen lassen, weißt du, aber ich fühle das auch nicht, da hast du voll recht, ich stehe auch dazu, ich scheiße auf sowas, Bruder. Aber es ist stabil, Bruder, weißt du, das wollte ich dir nur sagen, so, wenn, deswegen musst du gucken, Digga, hör auf dein Herz, Digga, am Ende des Tages, weißt du, finde ich. Wahrscheinlich hast du schon gefühlt, oder? Hast du schon, hast du irgendein Gefühl gehabt? Ja, ja, ich habe, ja, aber ich dachte mir, ich bin schon drin, ich muss das jetzt durchziehen. Bruder, scheiß mal auf so Kindergarten-Toxik-Kacke, da will kein Mensch hören. Man muss Gossip aussterben lassen, genau so sieht es nämlich aus. Ist so, Bro. Aber schön, dass du es sagst, Bruder, ich mag ehrliche Menschen, weißt du, ich bin auch auch einfach herrlich, Bruder. Bruder, wie gesagt, ich fühle mit dir eine Connection, weißt du, ich habe dich von Anfang an gefühlt, Bruder, wir machen ja auch eine ähnliche Sache, Digga, ich fühle dein Herz, ich fühle deine Aufgabe auch so ein bisschen. Was ist denn meine Aufgabe? Naja, ich fühle halt, was du tust, Digga, weißt du, ich fühle das, ich fühle das, seitdem ich dich das erste Mal auf dem Schirm hatte, so mit deiner Mucke und so, ich merke halt, ich weiß nicht, warum das bei mir so ausgeprägt ist, aber bei manchen Menschen, wenn ich die höre, bei dir, bei deinen Songs, deine Stimme, was du gesagt hast, danach dann unser Interview, was wir gefühlt haben und so. Also, ich weiß nicht, Digga, ich fühle da, bei manchen Menschen fühle ich einfach, dass deren Aufgabe irgendwie, ich glaube, du hast irgendeine Aufgabe, weißt du, ich glaube, du bist nicht hier einfach nur wegen Entertainment oder so ein Scheiß, wegen ein bisschen Geld machen hier rechts, links und so und dann einfach wieder dich zu verpissen, so, weißt du. Ich habe das Gefühl, das callt auch bei dir, habe ich das Gefühl. So, deswegen machst du das, was du machst, deswegen stellst du auch deine Karriere aufs Spiel, wenn es sein muss, für das Richtige deiner Meinung nach, so, weißt du. Ach, Bruder, meine Karriere. Also, wenn ich, guck mal, es gibt Menschen, die machen Karriere und leben nur für ihre Karriere, weißt du. Ich lebe aber nicht für meine Karriere, sondern meine Karriere ist einfach ein Teil meines Lebens. Es, es, ich habe viele Aspekte, weißt du, wie ich meine. Ich habe irgendwann aufgehört, nur für meine Karriere, für meine Musik mich komplett da reinzudrücken, so wie es sein muss, weil es wurde halt immer enger, weißt du, wo ich gemerkt habe, ich habe aber ganz andere Facetten, Bruder. Und ich möchte, ich möchte die auch zur Schau stellen. Ich möchte auch der Welt zeigen, wie ich bin und nicht einfach nur mich hinter meiner Musik verstecken, hinter irgendwelchen gestellten Interviews. Dann dachte ich mir so, nein, Alter, ich bin, wie ich bin und ich möchte, dass die Leute mich so akzeptieren, wie ich bin oder nicht. Und dann habe ich angefangen zu pokern und habe dann gemerkt, okay, das kann sehr brenzlig werden, das kann, das ist schwierig hier, okay, okay, aber als, als die Menschen dann halt gemerkt haben, ey, der macht trotzdem so, wie der denkt, dann haben die irgendwann angefangen, das zu respektieren, weißt du, dann hat dieses Dings auch nicht mehr geholfen, dieses, wir lachen ihn aus oder wir machen ihn fertig, wir versuchen ihn zu ignorieren und so, der Hass hat mich dann auch nicht mehr aufgehalten und habe dann einfach weiter gemacht und irgendwann haben Menschen sich gedacht, okay, krass, wenn er anfängt, da wirklich durchzuballern, dann Respekt dafür, dass er durchzieht, lässt sich nicht klein kriegen, das hat Respekt vor denen, genauso wie du auch und gewisse andere Leute auch, ich will mich jetzt hier nicht zu hoch preisen, Bruder, aber was ich damit sagen will, ist, du musst halt durch diese Dinge gehen, durch diese negativen, äh, Dinger, weißt du, um auszubrechen, das ist wie so ein Zaun und wenn du einmal durch diesen Zaun ausgebrochen bist, gibt es halt kein Zurück, weißt du, ähm, und, ähm, dann, ich finde dann, wenn du aus dem Zaun ausgebrochen bist, musst du wirklich zeigen, was du kannst, was du alleine kannst, Alter, so komplett out of the box, Alter, du bist quasi wie im Dschungel alleine ausgesetzt und alle gucken, wie verhält er sich, weißt du, und, ich glaube, so kannst du, ist der einzige Weg auch, um deine wahre Lebensaufgabe zu finden, so, wenn du da erst mal ausgebrochen bist, so, wie ist denn das bei dir, fühlst du, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, ne, fühlst du irgendwas, fühlst du irgendwas höher als nur dich quasi, also bei dem Schaffen, was du tust jeden Tag, ne, alles, was du machst, Stream, Musik, deinen ganzen Weg, den du gehst, so, machst du das nur für dich oder fühlst du irgendwie, da gibt's noch was Höheres, irgendwas, irgendwas, was drüber steht, so, verfolgst du irgendwas, was mehr ist als du, sag ich mal so. Ja, bestimmt, ich kann's vielleicht nicht, äh, betiteln, aber ja, bestimmt irgendwas, vom Gefühl her, ich denk schon. Okay, 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 könntest du aber jetzt nicht beschreiben, was das ist, ne? Ne, ich hab darüber selber gar nicht nachgedacht, aber vom, vom Gefühl her, würde ich sagen, Feelings sind auf jeden Fall da, die drüber hinausgehen, ja, aber ich könnte jetzt nicht genau mit Worten beschreiben, was das ist, weißt du, dafür müsste ich drüber nachdenken, erst mal, deswegen, aber, ja, doch, da ist auf jeden Fall was, was ein bisschen drüber hinausgeht, als dass ich hier nur sitze und irgendwie, weil, guck mal, ich, ich mach ja auch nicht irgendwie hier irgendein Programm, was ich abarbeite, weißt du, ich bin ja kein, ähm, auch wenn ich sehr oft streame in letzter Zeit, ähm, bin ich trotzdem nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt streamen, ich muss jetzt diese Themen bedienen, ich muss jetzt so reden oder so, weißt du, ich mach einfach das, was ich fühle und wenn ich keinen Bock hab, dann spiele ich morgen GTA RP, wenn ich auf GTA RP keinen Bock hab, auch wenn es gerade voll hypt und die Zuschauerzahlen zum Beispiel hochknallen und ich bin auf einem Server, wo nur Streamer sind, hab ich keinen Bock, Bruder, dann ziehe ich mich zurück, spiele ich auf einmal Escape from Tarkov, ein Spiel, was überhaupt nicht Mainstream ist, wo nur 200 Leute zu gucken, dann ziehe ich das durch, weil, weil es mir Spaß macht, weißt du, in dem Moment, dann verfolge ich kein höheres Ziel oder so, sondern bin auch hier ein bisschen, um abzuschalten von meinem anderen Alltag, von den anderen Dingen, die ich mache und so und dann bin ich hier auch, um Spaß zu haben und dann habe ich wieder irgendwann Zeiten, wo ich denke, ey, was passiert hier auf der Welt, ich muss mit meinen Leuten jetzt gucken, was hier los ist, weißt du, das ist so, ich bin nichts Festgefahrenes, Bruder, ich habe nicht, ich bin einfach so, wie ich Lust habe, wie ich gelaunt bin, wie ich Bock habe, manchmal sitze ich und rede zwei Stunden einfach irgendeine Geschichten von meinem Leben, was gar nichts mit irgendwelchen Theorien zu tun hat, manchmal freestyle ich auf irgendwelche Beats stundenlang und gehe dann einfach off und habe die Leute nicht bedient mit mies recherchiert oder so, aber die Leute, die mich verfolgen, die mich so ein bisschen kennengelernt haben, wissen, dass ich einfach so bin, wie ich bin und wenn ich halt darauf keinen Bock habe, Bruder, dann zwinge ich mich nicht, weißt du, ich würde mich niemals zwingen, zum Beispiel GTA RP zu spielen, wir hatten einen eigenen Server aufgebaut, ich war da irgendwo ein bisschen mit drin und ich habe es irgendwann einfach nicht gefühlt, obwohl die alle gesagt haben, Bruder, du musst, Werbung, das ist unser Server, dies, das, die Leute, Bruder, ich fühle es einfach gerade nicht, ich kann es einfach gerade nicht spielen, wollt ihr mich verarschen, soll ich da drin sein in dieser GTA Welt und so dumm aus der Wäsche gucken die ganze Zeit oder was, ich fühle es einfach gerade nicht und habe es dann einfach nicht gespielt, da war mir das Geld egal, da war mir auch, wie viele Zuschauer gerade drin, war mir das scheißegal, Bruder, so und im Endeffekt stream ich so eigentlich seit Tag 1, also das ist so meine Streaming-Masche, wenn man das so haben will. Und das ist stark, Bro, ich glaube, das machen nicht mehr viele heutzutage so, ne, das könnte man schon fast bezeichnen als etwas Höheres im Endeffekt, wenn du es schaffst, immer auf dein Herz zu hören, meiner Meinung nach ist auch in allen von uns was göttliches, was uns sagt, was wir zu tun haben, zu welchem Zeitpunkt, so weißt du, und wenn man es schafft, bewusster zu sein und darauf zu hören, dann folgst du halt dem, was du auch machen sollst, weißt du, ich glaube, viele Menschen machen nicht das, was sie machen sollen, sondern machen das, was sie machen müssen oder was sie denken, was sie machen müssen oder was andere Leute denen sagen, was die machen müssen, aber die haben gar keinen Kontakt dazu mit dem, was die eigentlich machen sollten, weißt du, so. Und deswegen ist es eine starke Sache, ich bin auch so rangegangen, immer, in meiner ganzen Karriere, weißt du ja selber, ich habe auch schon voll viele Sachen gemacht, die gut funktioniert haben, die man einfach so hätte durchziehen können und damit gutes Geld machen können, so, aber am Ende des Tages hat mein Herz mir gesagt, bro, das ist das nicht, Digga, es geht mehr, weißt du, du musst auf ein nächstes Level kommen, du musst irgendwas, du musst mit dem, was du tust, auch im Reinen sein und das nicht nur tun, weil Leute das von dir erwarten und es ist nicht einfach in der Öffentlichkeit, bro, wenn du so in der Öffentlichkeit stehst und wenn du immer Fans hast oder Leute hast, Community hast, die irgendwas von dir erwartet, dann trotzdem zu sagen, ich mache was anderes, so, ich glaube, den meisten Leuten fällt das schwer und viele Leute machen das dann trotzdem und ich glaube, deswegen ist auch, in unserer Szene so verbreitet mit Drogenkonsum und Alkohol und dies, das, weil viele mit sich selbst kämpfen, weißt du? Richtig, gerade in der Musikbranche, 100%, ja, ja, guck, wenn ich zum Beispiel keinen Bock oder kein Gefühl habe, um Musik zu machen, dann mache ich das nicht, weil ich irgendwie muss oder weil der Vertrag mir das sagt, einfach, hey, ich habe gerade einfach keinen Turn drauf, so, wenn ich zum Beispiel nicht mehr streame für eine Zeit lang irgendwann mal, dann weil ich mit was anderem beschäftigt bin, so, weißt du? Und wenn ich dann zurückkomme, bin ich mit Herz und Seele da, so, ich will nichts Halbes, Bruder, ich will, die Menschen merken das auch, wenn du keinen Bock auf Streaming hast, wenn du keinen Bock auf GTA hast oder so, Bruder, die Leute merken das doch, die sind doch nicht blöd, Alter, weißt du, wie ich meine? Die kannst du nicht verarschen, Alter, die merken sofort, du hast keinen Bock darauf. Ich kenne zum Beispiel einen... Vielleicht wenn die das nicht mal bewusst wahrnehmen, so, die spüren, die fühlen das auf einer anderen Ebene, die fühlen dann irgendwie, naja, habe ich keinen Bock mehr, mir das reinzuziehen oder so, weißt du? Die merken, der Typ hat selber keinen Bock. Boah, ich kenne einen, der spielt seit, keine Ahnung wie viele Jahren, GTA, RP, dieses Roleplaying, ne? Ja. Und er denkt, oder nicht, er denkt, sondern nur das funktioniert bei ihm richtig. Alles andere, was er macht, guckt ihm also weniger Leute zu. Und er hat halt die ganze Zeit Angst, wenn er was anderes macht, dass seine Dings kaputt geht, das, was er sich aufgebaut hat. Und er muss jetzt quasi seit Jahren immer für die Leute, die das GTA spielen, Bruder, er hat schon Scheiben eingeschlagen, Bruder, er hat Türen kaputt getreten, er hat sich Haare aus dem Kopf gezupft, Bruder, der hat keinen Bock auf dieses, er kann das nicht mehr sehen, er kann das nicht mehr hören, er kriegt Wutanfälle. Und ich frage mich so, Alter, sehen die Leute das nicht? Warum gönnen die denen nicht mal was anderes? Warum wollen die denen in diese Ecke drängen, Bruder? Der Arme, der hat das durchgespielt zehnmal. Das ist, das wiederholt sich die ganze Zeit. Und er muss das spielen, Bruder, weil sonst hat er nicht so viele Zuschauer oder so viel. Und wenn ich das sehe, ich sage dir ehrlich, es tut mir im Herzen weh, Bruder. Es tut mir im Herzen leid, weil dieser jemand hat sich ein Käfig gebaut. Das ist eine Falle. Verstehst du, was ich meine? Er hat sich eine Falle gebaut. Wieso? Ich meine, natürlich gibt es Schlimmeres, als GTA RP zu spielen oder mit Geld zu verdienen, klar. Aber was ich damit sagen würde, ist, es ist belastend, Bruder. Es ist sowas von belastend. Ich sehe das in seinen Augen jedes Mal und ich fühle das zu 100 Prozent und denke mir, Bruder, brech aus. Brech aus. Wag es dich, aus diesem Zaun zu brechen, Bruder. Ich schwöre dir, Digga. Brech doch aus einfach, Bruder. Ich merke das so. Ich fühle dich doch. Geh da raus, Bruder. Mach doch was anderes. Die Leute lieben dich, weil du, also die Menschen, die dich lieben, auch wenn du kein GTA RP spielst, Bruder, das sind deine Leute. Das sind deine Leute. Bruder, es gibt doch den Spruch von Nibs der Hassel, Bruder. Er hat gesagt, willst du im Krieg mit dir selbst sein und im Frieden mit der Welt oder willst du im Frieden mit der Welt sein und im Krieg mit dir selbst? Der Bruder ist gerade im Krieg mit sich selber, aber im Frieden mit seinen Zuschauern. Aber check nicht, dass dieser Krieg in sich selbst immer größer werden wird. Du kannst so nicht happy sein. Da kannst du so viel Zuschauer und Geld und wie auch immer haben, wie du willst. Du kannst so nicht happy sein, Bruder. Ja, Bruder, ich weiß. Es ist nicht das Glück, Mann. Die streben, die denken, das ist das echte Glück. Das ist das wahre. Ja, das ist das, Bruder. Ich habe gerade tausend Zuschauer, zweitausend Zuschauer. Das ist Happiness, Bruder. Das ist eine Falle, Bruder. Glaub mir. Reißen die sich ihre Haare aus, wie du gesagt hast. Weißt du, was ich meine? Ich zum Beispiel, guck mal mich an, Bruder. Ich habe Millionen Views gehabt auf meine Videos früher. Millionen. Straßenumfragen, Girls, Bruder. Alle waren da, Bruder. Alle waren nice. Wenn wir uns Videos reinziehen hier im Stream von mir damals, jeder sagt, damals sahst du so ungesund aus, Digga. Du siehst heutzutage so viel gesünder aus. Du strahlst ganz anders aus, so weißt du, wie ich meine? Und ich habe jetzt mittlerweile viel weniger als damals, aber mein Innenleben, Bruder, ist auf einem ganz anderen Level als früher, weißt du? Früher war ich angewiesen auf diese Aufmerksamkeit von außen und die Klicks und die Likes und diese ganzen Sachen, damit ich mich happy gefühlt habe, so. Aber zum Glück bin ich jetzt halt an einen Punkt gekommen, wo ich meine Happiness nicht mehr von außen abhängig mache, sondern von innen, so weißt du? Und deswegen, das kann ich nur jedem sagen, folgt eurem Herzen, Digga. Macht nicht das, was Leute von euch erwarten. Ja, das ist das Schlimmste. Guck mal, Geld hin oder her, ne? Aber das ist das Schlimmste, wenn du quasi in so einem selbstgemachten Gefängnis bist, Bruder. Das ist hart. Und das tut mir einfach leid, so, keine Ahnung. Weil ich beobachte das oft auch bei anderen Leuten, wo ich mir denke, er muss das machen, weil sonst... Rap-Szene doch auch, bei euch Rap-Szene doch genauso. Klar, du musst diese Art von Musik machen. Ja, du musst diese Art von Musik machen, die bei dir funktioniert, sonst... Ich kenne so viele Leute, die sagen, ich will diese Musik nicht machen, ich fühl sie gar nicht. Dann sagen die, ja, Bruder, machst du keine Streams. Die Leute wollen dich so hören. Damals bei PA war das irgendwann so der Gespräch, bei dir funktionieren nur Liebeslieder. Diese Asisamen und gute Männer lieben schlecht. Ja, weil er wusste, das ist ein Garant. Wenn er diese Songs bringt, dann knallen die immer durch. Aber er wollte halt auch diese Banger und so, weißt du? Ich weiß, wir haben... Vor Jahren hatten wir diesen Talk zusammen, Alter. Und er hat gesagt, Bruder, die Leute wollen bei ihm immer Liebeslieder hören. Ich habe keinen Bock auf Liebeslieder, Bruder. Ich bin PA, Alter, ich muss zerficken, weißt du? Und irgendwann hat er diese 100-Bars-Reihe gemacht. Da war es auf einmal, die Leute wollen nur noch 100 Bars von dir hören, Bruder. Das heißt, man... Das wird immer so sein. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Ich schwöre, das war bei mir genauso mit meinen Straßenumfragen mit Girls und so. Die wollen nicht immer so sehen. Die wollen immer noch das Gleiche sehen, so, weißt du? Dann habe ich Komm ins Café gemacht, dann sagen die, Bruder, mach mal wieder mit Rappern, mach mal mit Rappern, mach mal dies, das. Wenn ich jetzt aufhören würde, auf Videos zu reagieren und zu streamen und so, dann würde ich nachrichten, Bruder, mach mal wieder so, mach mal wieder so, mach mal wieder so. Man kann sich halt, man kann... Und das ist eine Sache, wo ich auch gemerkt habe, das ist einer der größten... Ich glaube, das ist auch einer der größten Challenges für uns hier in der Öffentlichkeit, so. Dem zu trotzen und trotzdem wir selbst zu bleiben, so. Egal, was ist so. Egal, wer was von uns erwartet oder nicht. Weil sonst driften wir ab in irgendeine Scheiße, so. Da fängt es an mit Betäuben und diese ganzen Sachen, glaube ich, weißt du? Genau, da beginnt es. So, mein Bruder, ey, es ist jetzt schon 20 nach 2 bei uns. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ach, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Leon. Bester Mann, Leute, geht alle bei ihm drauf, folgt dem Bruder, lasst Liebe da, supportet ihn. Er ist genau wie wir. Geil, Digga. Bro, kurze Frage. Gibt es die Möglichkeit, mir das VOD zu schicken, Digi? Bestimmt, klar. Ich habe bei mir zwischendurch Tonprobleme gehabt, oder? Wo? Von mir aus? Die haben dich nicht gehört. Die haben dich nicht gehört für eine Zeit lang zwischendurch, weil ich meine AirPods neu verbunden hatte, so, weißt du? Ach so, okay. Kannst du ja mal checken, Digga, ob das irgendwie möglich ist, so. Ja, klar, geht bestimmt safe. Ist ja gar kein Problem. Ich schreib dir einfach mal bei WhatsApp später. Okidoki. Alles klar. Ey, Leon, ich danke dir für das nette Gespräch. Pass auf dich auf. Zieh durch. Du auch, Brudi. Bis bald. Bis dann, man. Ciao, ciao. Mach's gut. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Talk. Es war jetzt keine Debatte in dem Sinne. Ihr wisst doch, ich bin immer konfrontationslustig. Ich habe immer Bock auf Diskussionen, so mehr oder weniger. Aber Leon ist einfach ein guter Junge, Alter. Kann man nichts sagen.